3, 2, 1, here we go! Alter, schön rein ins Intro noch, ich freu mich total. Ich freu mich total, ich hab einen sehr tollen Gast hier. Der sehr nett ist, den ich sehr lange kenne auch schon. Auch bevor er richtig durchgestartet ist auf YouTube. Ich kenne ihn ursprünglich als der Freund von Max. Richtig. Der da ist. Dave ist heute hier, hallo Dave. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Oder wie man auch sagt, David Henrichs. Richtig. Ich sage mal Heinrichs. Oder David Friedrich Henrichs, wenn man den Namen des Großvaters noch mit dazu sagt. Oh Alter, D.F.H. läuft, D.F.H. Productions, was geht? Ja, nee, D.H. Media war es früher. D.H. Media, klar, das Media-Ding, das muss immer dahinter. D.H. Media. Media ist viel besser als Productions auch, ne? Ja, es hat sich gelohnt damals. Es war einfach ein starkes, starkes Ding. Waffel Media, einfach mal wieder vertane Chance, muss ich sagen. Ja, beim nächsten Mal. Naja, beim nächsten Mal. Einmal oder gar nicht, sage ich. Das ist ganz einfach. Dave, ich habe gar nicht so lange baggern müssen bei dir. Ich bin voll irritiert, weil du bist ja überall und nirgendwo. Mal einen Tag in der Business Class, dann wieder in einem anderen Land, dann wieder hier. Dann auf einmal bist du Hoteltester. Dann machst du irgendwelche anderen wahnsinnigen Sachen. Und bei dem ganzen Ding drumherum sehe ich dich immer und ich werde unruhig. Weil du bist auf 400 Grad, was du heute nicht bist, was mich voll irritiert. Weil bei dir ist es sehr ähnlich wie bei Max. Ich kriege euch nicht länger als 20 Minuten eigentlich, wenn wir nicht drehen. Weil dann ist immer so, jo, also, heute muss ich noch weg, da brauche ich einen Lieferwagen. Dann muss ich in den Lieferwagen irgendwie noch eine Disco reinbauen. Dann bin ich unterwegs mit 4000 Leuten, die das dann machen müssen. Dann habe ich noch eine Produktionsfirma, wo Justin und Marc Gebauer heute Uhren bewerten. Dann müssen die noch irgendwie gegelt werden. Dann muss ich noch weg. Und ich bin so, Digga, Alter, heute kaufe ich so einen Currywurst-Auflauf zum Abendmahl. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert in meinem Leben. Deswegen einleitend gerne die Frage, wie geht es dir eigentlich? Sehr gut. Sehr gut. Du hast mir gerade schon einen einfachen Einstieg gegeben. Sonst war ich immer super unter Strom. Voll. Die ganzen letzten zwei Jahre wahrscheinlich. Weil ich immer das Gefühl habe, oh fuck, jetzt gerade ist der Zeitpunkt. Wenn ich jetzt nicht mache, dann morgen habe ich die Chance nicht mehr. Und dann war ich vor zwei Wochen das erste Mal so richtig im Urlaub. Und ich habe sieben Tage nur am Pool rumgelegen. Nur Bier getrunken. Geil. Und seitdem bin ich wirklich drei Gänge runtergefahren. Krass. Ja, ich wollte schon immer mal sagen, weil ich habe da, also ich war bei dir zumindest mal kurz davor, auch mal zu sagen, immer so mach mal ein bisschen langsamer. Mach mal anzurufen. Ja, ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich probiere das immer, ich kriege so Angstzustände, weil ich das bei so vielen jetzt schon gesehen habe und ich das ja selber auch hatte. Und seitdem bin ich sowieso so hypervorsichtig, weil ich bin immer so, einmal tut was weh, dann mache ich es nie wieder. So, und ich weiß halt, oder ich kenne diese Zeit noch gerade UFO, wo ich dann auch everyday aufgestanden bin mit diesem so, heute, weil die Jungs da sind oder nie. So, und das dann einfach so für zwei Jahre. Und das war halt nur Terror. Und hat halt gar nicht funktioniert. Was geht denn hier vor der Tür ab gerade, Alter? Da wird einfach ein Stuhl geklaut. Nee, es wird gewischt. Okay, wow. Nee, und ich dachte mir einfach nur so, wie wahnsinnig das bei dir ist. Das sind ja Ausmaße, die gab es ja bei uns gar nicht, weil noch diese Travel-Komponente da so zukommt. Travel, Alter, richtiger Dad. So Travel, nicht? Da macht er David, macht er viel Travel. Ist am Reisen. Ist am Reisen, du, ey. Da hat man ordentlich unterwegs gewesen. Aber nur im Rheinischen. Ja, und ich weiß halt immer noch, wie wir da bei Gaming damals gestrandet sind. Und ich den Moment hatte, wo dieses Crispy Rob vs. Simon Will so richtig eskaliert ist mit diesem Prank. Und die dann immer angefangen haben zu predigen No-Sleep-Gang. Und da habe ich immer übel ausgerastet. Und habe immer Streams gemacht und habe gesagt, auf gar keinen Fall. Full-Sleep-Gang, Leute. Weil sonst tot. Und ich weiß immer noch, ich habe mir tatsächlich auf einer YouTube-Party vor zwei Jahren sowohl Simon als auch Rob dann mal so zur Seite genommen. Habt ihr kurz fünf Minuten, weil die genauso unter Strom standen wie du und Max. Da habe ich gesagt, könnt ihr mal schlafen und es nicht mehr machen, weil ich finde es übel uncool. Und die meinten halt auch so, boah, ja, wir sind safe drüber, hast vollkommen recht, danke, danke, danke. Weil ich meine, es wirkt einfach krass ungesund schon, wenn ich euch hier sehe. Und wenn das dann noch in Produktion ist, dann ist man ja sowieso nochmal zehn Prozent drüber. Und ähnlich war das auch, als wir das letzte Mal gedreht haben und du legit ankamst, meintest du so, okay, ich habe eine Stunde zehn. Danach muss ich in den Flieger nach, darf man sagen wollen, nach Dubai. Und ich will gratis in die Business Class. Wir gucken, ob das klappt. Dann drehe ich da. Dann bin ich acht Stunden in Dubai. Dann fliege ich zurück. Von Dubai fliege ich dann irgendwie nach Mailand. Von Mailand muss ich dann dahin. Dann muss ich nach Paris. Dann rüber. Und ich war so, und dann ist Dienstag und jetzt ist gerade Sonntag. So, what the fuck is happening, Alter? Ja, genau so war das halt vorm Urlaub. Aber ich habe halt den großen Vorteil, dich, Revi, Max, Rob, all diese Leute um mich rum zu haben, die alle schon einmal diese Scheiße durchgemacht haben. Und ich glaube, jetzt mit dem Urlaub, mit den Gedanken an die Jungs und was ihr alle schon durchgemacht habt, habe ich gemerkt, okay, vielleicht fahre ich einfach einen Gang runter, bevor es mir auch vorgeht. Ja, ja, bevor es killt. Weil, als ich dich gesehen habe, als wir gedreht haben, war ich wirklich so, okay, ich sehe dich noch einmal so. Und dann hätte ich gesagt, Digga, mach mal. Ja. Mach mal, oder gönn dir mal zumindest. Ich wusste ja nicht, dass du Urlaub machst bald. Ja, ja. Weil dann hätte ich gesagt, mach zumindest mal eine Woche nix. Weil du warst halt wirklich, und das haben wir auch alle gesagt nach dem Dreh, waren halt so, Digga, wie rot kann ein Kopf sein? Weil du so Bluthochdruck hörst wahrscheinlich. Ja, du warst halt wirklich rot. So, und dann so, okay, ich muss los und ich muss weiter. Und dann so, okay, geiles Video bei rausgekommen oder mehrere, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten so. Aber so, das Ding ist halt, ich glaube, was du jetzt auch schon richtig machst, wir hatten ein kurzes Vorgespräch. Ich glaube, dass durch Planung man nicht unbedingt schlechtere Videos macht, sondern sich viel von diesem, ich muss das jetzt produzieren, dann schneiden, dann hochladen. Weil dann gibt es viele Klicks, was so ein Vollfehlglaube ist einfach, dass man das eigentlich voll gut einfach mal durchplanen kann. Was du jetzt ja auch gerade anfängst, hast du gesagt, dass du ein bisschen strukturierter probierst, da ranzugehen, ein paar Sachen dir schon von der Brust wegnimmst. Und das einfach so machst, wie dein Tempo jetzt ist und nicht dieses imaginäre, jemand setzt mir eine Shotgun an den Rücken und ich muss das jetzt alles machen, Ding. Plus, ich habe halt jetzt einen Mitarbeiter. Ja. So, wirklich den krassesten Mitarbeiter, sorry, Tamay. Den krassesten Cutter-Kameramann aus ganz Deutschland, meiner Meinung nach. Damit habe ich gar keinen Stress, wenn du das sagst, ehrlich gesagt. Also, ich meine, ich cutte ja nicht mal mehr. Sorry, Miguel. Sorry, Miguel. Okay, liebe Grüße an Leo, du bist der Beste, wirklich, der das nicht als mein Projekt sieht, sondern als ein gemeinsames Projekt. Und wir ziehen da gemeinsam an einem Strang und der arbeitet halt, bis die Arbeit fertig ist und nicht, wenn 18 Uhr Arbeit ist rum, dann geht er nach Hause. Und das hat mir so viel Druck weggenommen, dass ich überhaupt mir mal die Zeit genommen habe, sieben Tage in Urlaub zu fahren. Das war ein richtiges Fest und jetzt sind wir beide unter normaler Last und nicht Volllast und ein bisschen drüber. auf dem Weg, den Kanal ein bisschen umzustrukturieren, Ziele festzumachen und uns geht es, glaube ich, beiden ganz gut damit. Okay. Also, es wird besser, sagst du mal. Es wird definitiv besser. Nur die eine Woche, nur die eine Woche hat es mal getan. Ja, und das war ja auch die Woche vorm Urlaub noch. Ja, mal Abstand auch zu haben von dem eigenen Scheiß hilft auch manchmal wirklich, ne? Weil man dann so, ich hab immer so, ich komm auch gerade aus dem Urlaub, so Tag zwei oder drei ist dann richtig nochmal so ein ganzer Schritt zurück und dann guckst du so und bist so, das geil, das scheiße, das muss so, das ist scheiße, das muss hier. Und ich glaube, das ist immer, ist auch irgendwie voll spannend, immer so ein Prozess, ne? Gönnt man sich aber eigentlich nie. Ja, und ich bin ohne meine Kölner Jungs in Urlaub gefahren. Hab ich auch gesehen. Ich bin komplett mit fremden Leuten in den Urlaub gefahren und auch da von dem Alltagstrott, von denselben Themen, denselben Gesprächen, denselben Leuten ein bisschen Abstand zu haben, war auch geil. Aber auch mit Influencern, also hat man im Prinzip Gespräche, die man schon mit den Leuten geführt hat, führt man dann einfach nochmal mit neuen Leuten. Ja, aber wir haben es schon wirklich probiert einzudämmen. Ja. Also es war so, ey, so, das Arbeit, lass aufhören, lass aufhören. Und dann hab ich einfach wirklich ab Tag drei nur noch Bier geschrungen. Und also, ja, und Gyros gegessen. Ich hab jeden Tag Gyros gegessen. Wo warst du denn? Auf Kreta. Oh. Und es war ein richtiges Fest. Wie die AfD sagen würde, ich will nach Kreta, Kreta, ne umgegessen. Genau, ja, genau. Scheiße, fuck, Alter. Und na, immer noch nicht, immer noch nicht richtig, naja. Beim nächsten Mal. Ich bin halt. Egal. Stark. Einfach nochmal. Ich war so, ich bin so tausend Sachen durchgegangen, am Ende dieses Satz, ich so zu kritisch, zu kritisch, zu kritisch, nachdem es ja nur drei Bundeskanzler gab, nach einer gewissen Folge mit Jody. Ich glaube, das war sehr missverstanden. Ich hab das, wir haben über unsere Lebzeit gesprochen, über Jody und meine, dass wir beide ja nur drei Kanzler kennen, gab natürlich noch ein paar andere. Ein, zwei. Ich hab noch einen kennengelernt. Einer, glaub ich, irgendwas mit. Einen kennengelernt hast du? Ja, also nicht, ich hab jetzt keinen Handshake, Shakehands mit Fake Friends gemacht, aber in der Zeit, in der ich selber denken konnte, gab's nur Angie. Echt? Wie alt bist du denn? 22. Ah. Ja, 16 Jahre, ne? Das macht Sinn, ja. Ja, also. Krass. Ne? Mit sechs. Und jetzt kommt was Neues. Ist schon was Neues da. Kann sein, dass schon was Neues da ist. Höchstwahrscheinlich ist es jetzt die... Und hier einfügen, bitte. Nein, das Übliche. Ne, das freut mich sehr, weil das war mir ein großes Anliegen, wie ich schon gesagt habe bei dem Drehding, weil du hattest ja auch gesagt, wegen Marx, Rob. Mir, Revi und sowas, weil wir da durchgegangen sind, aber zum Beispiel bei Revi ist gerade wieder das Paradebeispiel dafür, dass es halt nochmal passiert ist, ne? Und Revi jetzt ja den noch größeren Schritt zurück geht und sagt, ich mach erst nächstes Jahr. Ist, glaub ich, angesetzt. Na, echt? Ich glaube, er macht zwei Monate nicht. Oder im Dezember erst wieder oder so. Also er macht wirklich zwei Monate gar nichts, ne? Okay. Also außer Instagram-Stories und Tornados zu tun. Naja, und Red Bull-Placement mit Kevin im Stream und die Ankündigung dafür. Das stimmt wohl, aber ich muss immer noch sagen, ich glaube, wenn man so ein, also du kannst es ja dann auch bewerten aus deiner Sicht, wenn man einen Deal macht mit einer Firma und die produzieren das alles, ist es halt was ganz anderes, als wenn du selber ein Video produzierst, weil man ist selber in den wenigsten Fällen, also das ist manchmal so, aber in den wenigsten Fällen, wenn man eine externe Produktion hat, der macht das ja Kevin gegen Revi im Experian und dann sind das so der Städtekampf, Berlin gegen Köln, Revi repräsentiert Köln, Kevin Berlin, das habe ich so mitbekommen und dieses ganze Konzept da drumherum, also die Banner, die da vor dem Saturn hier in Köln hängen, das Ganze, was da inhaltlich stattfindet, das macht das Management und Red Bull selber. Genau. Das heißt, du hast nichts damit zu tun. Genau, die gehen hin, zocken, fertig, haben Spaß und das ist ja auch vollkommen fein. Ja, genau. Das ist ja auch ein geiles Ding. Das ist halt die Urlaub. Genau, man hat ja auch irgendwie Bock, auch wenn man zwei Monate Pause macht, dann mal die Leute wieder zu treffen und zu zocken und auch einfach mal so nach drei Wochen zu sagen, hallo, hier bin ich wieder, Chat, so, was geht, ist ja auch übelstgeil. Voll. So, deswegen, ich finde, steht da voll hinter. Und ich glaube auch, ich glaube auch schön, wie würdest du denn sagen, findest du aus deiner Perspektive YouTube oder Twitch ist so ein bisschen zukunftsfähiger, weil momentan ist ja immer noch voll der Twitch-Heaper, ich glaube wegen Corona und es ging nix und alle haben nur rumgesessen. Ich liebe halt YouTube auf Ewigkeiten, vermutlich. Damit aufgewachsen ist wahrscheinlich dann. Naja, damit aufgewachsen, viel gesehen. Ich finde, es ist nach wie vor die Plattform, bei der man sich am ehesten beweisen kann. Du kannst fette Projekte alleine umsetzen. Das ist im Stream, ab einem gewissen Zeitpunkt brauchst du immer ein Team. Also dieses Broadcast Yourself, du kannst auch im Stream super unterhalten, aber dann bist du irgendwie auf dich und deinen Rechner limitiert oder auf deine Küche oder auf IRL-Kram. Bei YouTube, du kannst die Sachen ja anders aufbauen. Du kannst halt schneiden, du kannst dir eine Story zusammenbasteln, wie du sie haben willst, wie wir es auch immer wieder probieren. Also mit Spannungsbögen, mit Aufbau, mit Mucke im Hintergrund. Das sind so ein paar Komponenten, wo man ein gebündeltes, eher vielleicht so was wie so ein Kunstwerk, so ein 8-Minuten-Ding, du machst dir wirklich Gedanken, drehst vier Wochen lang meinetwegen dafür und im Endeffekt sind 8 Minuten pure Unterhaltung. Und es ist schneller erzählbar. Genau, es ist schneller erzählbar, es ist mehr Aufbau-Sprungbar. Und ich liebe Twitch, ich finde das übelst geil, aber für mich ist es nach wie vor YouTube. Aber ist es bei dir auch so, dass du sagen würdest, Twitch ist mehr Entspannung? Weil ich finde, Twitch ist wie so eine große Therapiestunde. Ja, selbst. Das ist so wie Spa. Ja, genau. Es ist wirklich, es ist genau das. Ein Chat macht so die Fingernägel vor allem. So, ey, ich finde es übelst geil, deine letzten Videos. Oh ja, perfekt, super. Oh, Podcast ist so gut gerade. Ich so, oh ja, bitte mehr. Ja, sag doch, sag doch, wie gut es ist, bitte. Nicht mal bei Top 100 auf Spotify. Kotzt mich an. Podcast kann nicht so gut sein. Jetzt kotzt mich an. Oh doch, ist sehr gut. Ich danke dir. Wo du gerade schon über Spa redest, auch was, was mich jetzt tatsächlich sehr, 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 sehr interessiert hat. Weil ich kenne ja so ein bisschen deine Story schon, die vor YouTube stattgefunden hat. Das war ja dieses Max studiert mit dir. Dadurch lernt ihr euch kennen. Irgendwie super weird mit New York Trip nach zwei Wochen. Das hat Max ja auch erzählt. Danach irgendwie Best Friends so mäßig, weil er hat irgendwie direkt gefunkt so auf Bro-Bromance-Level. Na, auch noch darüber hinaus. Wir wollen immer zusammen in einem Büro sein. Jedes Büro hat ein Bett, aber wir zeigen es nie. Oh, sorry, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Erst in der nächsten Room. Tut mir leid. Max und ich haben halt wegen Food, wir mussten einmal uns... Ah, okay. Großes Thema. Nein, aber du hattest ja auch nach dieser Uni-Zeit die, ich sag mal, die Frankreich-Zeit. Die kenne ich ja nur. Die Dave war immer irgendwie mit hier im Büro mit Max. Und dann weiß ich immer, bist du mit leuchtenden Augen durchgegangen und hast immer gesagt, irgendwann will ich auch ein Studio und will das auch machen. Weil jedes Mal, wenn Dave hier war, hat er immer gesagt, boah, ich finde das so cool. Ich finde das so cool hier alles. Irgendwann will ich auch jemanden, der Videos mit mir schneidet und sowas. Hast du alles geschafft, also Congrats und viel Glück und alles Glück der Welt an dich. Hast du auch alles sehr, sehr gut gemacht und machst es immer noch sehr, sehr gut. Aber was ist in diesem Frankreich-Trip passiert? Kam das aus einer Reflexreaktion vom Studium? War das so ein Entspannungsding? Weil ich hatte das Gefühl immer, und das kenne ich nur von dem, was ich von Max mitbekommen habe, du musstest mal weg irgendwie von allem. Du musstest einfach mal dich ausklingen. Was ist da passiert? Das interessiert mich der. Peter, ganz kurz, bevor du diese Frage beantwortest, redaktionelle Frage, wo finde ich das? Kommt jetzt gleich zwei. Ah, okay, okay, alles klar. Ich bin nur, ich dachte, wir haben schon fünf Themen übersprungen. Also, das ist daraus entstanden, dass ich in Köln keine Wohnung gefunden habe. Okay. Und da war YouTube, das war noch während Studienzeit. Also, das war noch gar nicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich voll in YouTube rein. Ich bin nach Frankreich gefahren, an einen Ort, wo ich seit 18 Jahren mit meiner Family hinfahre und wo mein Bruder als Surflehrer arbeitet. In einem Surfcamp. Zum einen hatte ich einfach Bock, im Surfcamp zu sein und mir da die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen. Zum anderen habe ich keine Wohnung in Köln gefunden. Hatte also wirklich, habe schon zwei Wochen bei Kumpels auf der Couch gepennt und hatte einfach keine Lust mehr, da zu pennen. Und mir ist irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen. Also bin ich einfach da hingefahren, habe mit meinem Bruder im Wohnmobil gelebt, quasi drei Monate und habe da mein quasi erstes YouTube-Video gedreht. Und habe da dann für mich beschlossen, okay, vielleicht ist es das selber. Und habe mich da das erste Mal selber tätowiert. Ich probiere in sieben Tagen tätowieren zu lernen. War das ein Video auch? Ah, okay. Und dann habe ich Teil zwei mit Jodie hier gedreht, mit Maschine. Und dann habe ich gemerkt, oh, das macht ja Laune. Und dann habe ich, ging es weiter. Und du wurdest ja so ein bisschen aus dieser Versenkung, sage ich mal, gerettet von tatsächlich auch Rewi, Max und Jodie war auch mit dabei, glaube ich. Also weil ich weiß immer noch, irgendwann stand Max hier und meinte so, ich fahre morgen nach Frankreich. Ich so, du machst was? Und dann meinte er, ich rette morgen Dave aus Frankreich. Und dann ist er so losgefahren und meinte halt irgendwie so, ja, der muss jetzt gerettet werden, der ist schon zu lange weg, der Junge kann zu viel, das nervt mich der, aber das ist ja jetzt irgendwie so wohnmobil. Ich dachte immer, es wäre so eine Hippie-Kommune. Er meinte so, der tätowiert sich, der säuft, der macht nichts mehr. Der ist so korrekt, der Junge, der muss sich da rausholen. Und dann weiß ich, da gibt es diesen legendären Videotrip dann, wo Rewi, Max und Jodie irgendwie mit einem Wohnmobil einfach zu dir gefahren sind und gesagt haben, du kommst jetzt mit, du kommst wieder mit nach Köln, los. Genau. Und wurde es dann da so gerettet. Genau. Und zum einen hatten die einfach Bock auf Urlaub. Ja. Und zum anderen hatte ich auch Lust zurückzukommen. Ja. Aber diese drei Monate mit so einem Knall zu beenden. Und dann bin ich vom Atlantik ans Mittelmeer gefahren. Also wirklich Côte d'Azur, blaues, das Wasser. Ich im Auto meiner Eltern gepennt und die im Camper. Und dann haben wir da nochmal zwei Wochen sehr schönen Urlaub gemacht. Und da habe ich Rewi kennengelernt. Und wurde es direkt verdorben. Genau. Wurde direkt verdorben. Sagst du allen immer wieder. Genau. Geht mir genauso. Genau. Und habe dann da direkt den Vertrag mit Rewi unterschrieben, dass ich 50 Prozent auf Lebenszeit abdrücke, wenn ich das machen will. Aber es wird ja auch nicht so gut laufen, muss man sagen. Genau. Also Rewi ist da schon wirklich eine treibende Kraft bei, wenn es so um Channelaufbau geht. Ja, ist bei mir auch immer noch ähnlich. Ich habe halt zum Glück nur 30 Prozent abgedrückt damals. Aber das ist halt laufender Vertrag. Ja. Genau. Und so ist das dann gestartet. Und deswegen habe ich auch immer noch Probleme, meine Rechnungen zu zahlen. und so. Ja, aber das ist ja normal. Also ich meine, du hast ja auch seinen alten Mitarbeiter abgeworben. Genau. Im Prinzip ist das ja eigentlich auch nur fair. Ich habe dann Double Fuck so mäßig zurückgeschossen. Du, ich muss dir 50 Prozent abdrücken. YouTube 50 Prozent abdrücken. Und das, was noch übrig bleibt, also null, bleibt für mich. Das heißt, ich klaue dir jetzt erstmal deinen Mitarbeiter. Genau. Und das plane ich auch in Zukunft weiterzutun. Also Tobi, ich komme. Sobald einer geht, steht Dave vor der Tür. Hey, 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 hey. Schon davor. Ist so ein Tesla, der dir so Lichtbuchet. Der könnte dir gehören. Der könnte dir gehören. Einfach so ein Model X. So, hey, Moment mal, Dave, du fährst doch gar kein Model X. Ja, ich weiß, das ist auch deiner. David Dobrik. Your new Tesla. Deutsche Mr. Beast, Deutsche David Dobrik. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Hast du Ambitionen, sowas zu werden? Safe. Das sind schon ein paar Videos. Mr. Beast oder Dobrik? Also eine Mischung aus beidem. Nicht dieses Übertriebene von Mr. Beast mit Font. I have bought. Bam, 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 bam. Und auch nicht dieses von David Dobrik hinter der Kamera. Du meinst, gibt es ja auch schon in Deutschland. Zwei Nils. Ach so, ja. Ja. Also Nils ist schon sehr nah an David Dobrik. Genau, ist nah da dran. Aber bei mir vielleicht ein bisschen weniger Berlin-Einfluss. Ja, ja, voll. Bisschen weniger, äh, ich, äh, lecke mit dem und dem rum. Und mehr, weißt du, und mehr dieses, mehr dieses Mr. Beast-Ding. Das ist ja auch voll geil. Ich mag Nils-Videos ja voll. Same, same. Also ich weiß auch, äh, ich find das halt so spannend. Ich will mit Nils auch unbedingt noch mal ein bisschen länger quatschen, weil da hat sich ja auch diese Gruppe jetzt total aufgespaltet. Und er hat auch ein Video drüber gemacht. Und ich hab ihm auch direkt geschrieben, äh, wir sind noch im Berlin-Bite. Lass mal bitte treffen, weil ich würde super gerne mal mit dir quatschen. Problem ist halt nur, wenn man mit Nils arbeitet von Y-Nils. Nils kommt nie unvorbereitet. Und das hasse ich. So, also Nils muss immer, muss immer... Mit einem Knall. Muss immer einen Knall haben und muss immer Kontrolle haben. Und ich hasse Überraschungen. Das heißt, wir funktionieren gar nichts miteinander eigentlich. So, wir lieben uns beide abgöttisch, glaube ich. Also ich mag Nils sehr gerne und weiß Wörser, glaube ich zumindest. Aber es ist halt wirklich immer so, Nils schreibt mir nachts um ein Uhr, morgen du ich Stunt-Driven, Köln. Und ich schreibe zurück, nein, hab fünf Mitarbeiter, definitiv nicht. Hab feste Drehtermine morgen, geht nicht. Okay, ich schicke jemanden vorbei, wir drehen dann vor Ort auch für dich, dann hast du ein Video. Sag ich, nein, hab feste Termine. Ich kann nicht morgen irgendwas drehen mit dir, geht nicht. Brauche so eine Woche Vorlauf. Bin einfach so Schildkröte mit dem Zeug hier geworden. Brauche bisschen Spiel, so ne. Mindestens so halt eine Woche eigentlich. Und dann so, okay, bla bla bla, hab ich gesagt, hab den Hund. Ich kann den Hund nicht draußen auf dem Stuntplatz legen. Okay, ich lasse dir jemanden da, damit er sich um den Hund geht. Und der hat wirklich alles probiert. Und ich war so, Nils, Digga, es geht einfach nicht. So, und das haben wir immer. Das ist so wie, ich hab mal mit ihm auch Lieblingsessen gedreht und mit seiner Crew. Und dann kam er vorbereitet und hatte tausend Sachen dabei, die er dann in mein Video eingebaut hat. Und ich war so, Digga, was ist denn los mit dir? Und danach direkt so, ja, komm mit in das Video, wir machen die und die Challenge. Und ich war so, ey Nils, was geht denn ab? Normalerweise kommen Leute hier hin und ich schreib denen so, ey, was ist dein Favorite Food? Und dann kaufe ich das und dann machen wir das. Und es ist so ein bisschen halber Podcast beim Kochen. Und es klappt gut, die Leute sind glücklich. Und bei denen war halt so 4000 Grad einfach. Und das ist halt crazy. Nils ist auch ein richtiges Brain, glaube ich. Und es ist halt schwierig, ein Brain zu sein, die Kontrolle haben zu wollen, aber irgendwie sieben Anfang, dabei auf sieben Anfang 20-jährige Leute angewiesen zu sein, die in Berlin auch selber. Und auch die Storys dahinter, hast du mal mit dem gequatscht, wo er die Leute kennengelernt hat? Ja, ja, ja. Der hat ja wirklich getindert nach Männern als Mann, um zu gucken, wer in diese Gruppe reinpassen würde. Also es war wirklich, als ich mit denen über ihre Origin-Stories geredet habe, die ich kennengelernt habe, war es so, ja, den kenne ich aus der Schule, das ist meine beste Freundin. Und alle anderen habe ich irgendwie, ich bin einfach auf Demos gegangen von Sachen, die mich interessieren und habe auf einer Demonstration Leute angequatscht, die cool aussahen und mit denen connected, um die in meine Videogruppe zu holen. Da war ich so, das ist ein Drive. Um die richtig zu kapitalisieren. Alter, ihr könnt ihr so krank viel Geld verdienen, hier gibt es Placements und so. Clark ist übelst krank. Und dann direkt wieder so einfach LKW-Fahrer. Hallo, wollt ihr mit in meine Vlogging-Group kommen? Ja, ja, genau. Nee, Nils ist wirklich bewundernswert. Absolut merkwürdiger Drive. Würde, glaube ich, auch bei euch crazy irgendwie reinpassen. Ihr habt immer so ein sehr, also ich sage immer, ihr seid so die nächste Welle. Ich habe das immer in Wellen beschrieben. Es war so Gronk Sarazar, dann kam Simon Dehner-Taddel, dann kam Bergmann-Paluten, da war ich so mit dabei, als es schon irgendwie so ein bisschen mit nach unten ging. Und dann kam irgendwie ganz lange nichts, also von dieser Welle, also immer an gleichen Inhalten oder so Leute aus einem ähnlichen Guss, die zu einer gleichen Zeit angefangen haben oder zu einer gleichen Zeit erfolgreich geworden sind. So auch natürlich sehr krass auf die Gaming-Branche jetzt gemacht, aber da findet man immer wieder Leute wie der so, Emra zum Beispiel war auch bei Paluten und mir mit dabei in dieser Welle. So Dagi Bee ist noch auch schon, Simon und so, das war die Welle, Nilam oder so wäre Gronk, weißt du, das sind immer so diese Ausschläge, die man so findet. Und dann fand ich irgendwie, kam ganz lange gar nichts, dann kam so eine übelste Trash-Welle, habe ich das Gefühl, aber ich konnte es gar nicht zuordnen und dann kamt ihr alle. Also auch so ein Max, den würde ich halt bei mir mit dazu zählen, dann aber diese lange Pause und dann eigentlich wieder bei euch, weil er auch diesen Content voll auf diesen ganz anderen Drive umgestellt hat. Und das finde ich halt so spannend, dass das jetzt nochmal so voll deutlich wird, dass man super viele Leute hat, die ganz anders Videos machen, also bis heute noch, als ein Review oder ich das machen würde. Ja, weil aber auch die, man gemerkt hat natürlich, wovon ich und ganz viele andere auch profitiert haben, dass die meinungsbildenden Leute in der YouTube-Szene definitiv die Reaction-Leute sind. Ein Justin, ein Monte, ein Unge sind die Leute, die sagen, was cool ist und was nicht. Und dann probiert man, die Videos nicht anzupassen, um denen zu gefallen, aber anzupassen, damit es möglich ist, darauf zu reacten. Also ein 17-Minuten-Video, das macht keinen Sinn. Wenn du darauf reactest, dann ist es eine 30-Minuten-Reaction. Das muss irgendwo zwischen 8 und 11 Minuten sein, damit die Reaction dann bei 15, 16 Minuten rauskommt. Und im besten Fall gibst du immer wieder Anhaltspunkte, wo Leute was zu sagen können und eine Spannungskurve, wo du dranbleiben willst und Themen, bei denen Leute was zu sagen haben. Voll spannend, hab ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich richte ja alles auf Reactions aus. Ja, ja, total krass, aber hab ich tatsächlich noch nie so betrachtet aus dem Gesichtspunkt. Ja, und dann dreht sich das so, dass wenn du gerade mit YouTube startest und ein Unge dir sagt, du siehst, wie der anfängt mehr auf den Chat zu gucken, während einer Minute, dann denkst du, ah ja, okay, das kann ich nicht machen. Du hast ja visuell und audiovisuell siehst du, wo Zuschauer aufhören, das Video zu gucken. Ja, und dann kannst du anfangen, das da umzubauen, sodass sie die ganze Zeit so sind. Oh, oh, Plakate, oh, oh, das nächste, oh. Ja, man merkt das schon bei Max und bei dir, finde ich, das ist so der Musikvideoschnitt, sag ich immer. Drei Sekunden. Du hast drei Sekunden eine Szene und dann muss eins, zwei, drei, nächstes, eins, zwei, drei, nächstes. Irgendeine Animation, irgendwas muss stattfinden. Moment, Musikwechsel, irgendeinen Schnitt, weil wenn drei Sekunden lang nichts passiert, dann kannst du eigentlich knicken, weil du immer probierst, diese TikTok-Generation zu befriedigen, dass die dann einfach da dranbleiben, wie du schon sagst. Genau. Aber dass man es auslegt auf Reactions, den Gesichtspunkt kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ja. Oder habe ich noch nicht zumindest drüber nachgedacht. Also ich weiß auch nicht, ob es bei allen so ist, aber bei mir ist es halt definitiv ein Riesenpunkt. Also. Voll spannend. Also ich glaube immer, dass es eigentlich dieses, dieses so irgendwie die Generationen, die jetzt so danach kommen, also irgendwie ist so YouTuber sein oder Influencer sein, wie Hunde leben so, du machst es, acht Jahre mache ich das jetzt und ich fühle mich, als wäre ich 40 Jahre dabei. So. Und dann sehe ich so einen Gronko und denke mir so, oh, 100 Jahre. So. Der Papa hat es aufgebaut. Unsere Merkel. Ja. Und dann ist das aber irgendwie, natürlich kommen immer dann die Kleinen nach und machen es dann von dem, was sie gelernt haben, dann besser. Probieren die Großen so zu fressen. So. Ne? Das ist immer so, guck mal, wie wir können. So. Und das ist dann, das ist dann dieser Biss und dieser Drive, den ich voll, voll interessant finde und voll spannend. Aber setzt dich sowas dann auch unter Druck, dass du dann sagst, so, ich muss das Video so kompakt haben, dass Leute da dranbleiben können? Stresst dich das dann innerlich auch mal? Nicht wegen der Leute, nicht wegen der Zuschauer, aber weil ich halt für mich selber das Produkt so haben will, dass es auch für mich perfekt ist. Und dabei sind die einzelnen Videos nicht das Problem, sondern viel mehr Ideen zu haben, die wieder einen draufsetzen und so weiter. Dieses ewig lange Problem, mit dem, glaube ich, den Felix von der Laden seit Beginn an zu kämpfen hat. Aber Felix ist ja auf dem Berg angekommen. Das ist halt the problem, ne? So, wo geht's weiter? Genau. Und ich merke, dass man dem näher kommt. So, oh, ich hab das gemacht. Oh, ich hab das gemacht. Ich hab Fake-Werbung aufgehängt. Jetzt hab ich Fake-Wahlplakate aufgehängt. Okay. Nächster offensichtlicher Schritt ist, ich hol das größte, die größte Werbetafel, die es irgendwo in Deutschland gibt und häng da auch noch irgendwas Dummes auf. Aber dann? Wohin? Keine Ahnung. Klar. Oh, ich hab Viertausender bestiegen. Keine Ahnung. Dafür auf den Sack bekommen. Fünftausender mach ich jetzt nicht mehr. Das gibt keinen Mehrwert mehr. Ich bin 500 Kilometer nach Paris gefahren. Fritz Meinecke ist 1500 Kilometer nach Paris gefahren. Ich fang jetzt nicht an, 5000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. So, aber das ist viel weniger irgendwas, worüber ich mich, also das stresst mich ein bisschen. Aber ich glaube, das ist eben die Qualität, die man haben muss oder der USP, den man haben muss, dann eben noch weiter Sachen zu finden. Das ist genau der Job eines YouTubers. Glaubst du, das ist nachhaltig, so Content zu produzieren? Ja. Also für dich körperlich auch so und psychisch? Ja. Ja? Ja, ich glaube, das ist absolut unnachhaltig, wäre, wenn ich Content mache, bei dem ich keinen drauf setze. Weil dann wäre es so eine Produktion, wo ich so denke, ja, dann ist es eine Show. Genau, dann ist es eine Show. Wir machen jetzt zum Beispiel Shows. Also ich bin immer sehr picht darauf, dass ich sage, ich finde ein gutes Konzept und dann mache ich das ganz oft. Genau. Und bei dir ist es ja nicht ein Showcharakter. Also, ich sehe das ja zum Beispiel anders. Deswegen interessiert mich das total. Weil ich bei mir immer sehr auf Selbsterhaltung achte inzwischen, seitdem es mal bei mir geknallt hat. Und davor war ich jetzt auch kein Dave oder habe die Sachen rausgehauen, die voll krass waren. Mein heftigstes Video, das ich gemacht habe, war Bällebart. Und da hat mir das damalige Management irgendwie sehr geholfen. Und dann haben wir kurz halt 18 Ballkartons in so ein Zimmer geschüttet im Ufo. Und dann war das Thema eigentlich schon durch. Das ist ja inhaltlich nicht zu vergleichen mit einem Video, was du jetzt schon machst. Auch vom Aufwand her, muss man sagen. Und deswegen sage ich so. Und selbst in der Phase, nur weil ich viel Content gemacht habe, nicht anspruchsvollen, hat es ja bei mir geknallt. Und deswegen bin ich jetzt voll auf dem, wie kann es gut sein und ich muss mich trotzdem nicht zerschnören und immer mich selber toppen. Sondern ich kann in sehr viel langsameren Schritten, als du das machst, mich langsam toppen. So ich bin halt, deswegen sage ich immer, wir sind so Schildkröte. Weil dann haben wir hier mit Kochen angefangen, dann stand man erst in der Küche, dann haben wir eine Wand rausgerissen, ein Jahr später. Dann haben wir dann ein Studio reingebaut, nochmal ein Jahr später. Und jetzt werden wir hier höchstwahrscheinlich bald durch sein und gehen dann in das nächstgrößere Thema über. Und dann geht es halt nochmal weiter. Aber das passiert dann, das was bei dir in einem Monat passiert, passiert bei uns in drei Jahren. Ja und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, das glaube ich auch nicht. Einfach gucken, worauf man Bock hat. Und ich habe halt übelst Bock, endlich Content zu machen, ohne dabei von Corona restricted zu sein. Weil ich bin, das ist jetzt schon wieder weiter von weg, auf jeden Fall liebe ich das selber danach zu suchen und mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was denn da noch wäre, was es denn da noch gibt. Und ich glaube, es ist wirklich endlos, diese Liste. Muss halt nur drauf kommen. Ich meine, das ist ein Job. Hast du denn noch? Alter, ich habe so wirklich Bücher voll, Whiteboards voll, Trello-Boards voll. Wie kommst du da drauf? Naja, du nimmst halt. Nimmst du Marihuana und guckst dir dann Whiteboard an? Nein, ich habe seit anderthalb Jahren ja nicht mehr gekifft. Früher habe ich also unnormal viel gekifft, also dumm viel und habe gemerkt, dass ich nicht kontrollieren kann und dann habe ich mit YouTube damit aufgehört. Sucht durch Sucht ersetzt. Genau. Aber meine Videos entstehen einfach nur durch Extrema. Also das Kleinste, das Größte, dann irgendein Teuer, Günstig, Längste, Kürzeste, Anstrengendste, egal was, dann irgendwas einfügen, der Welt, Europas, Deutschlands, Ewa, Land. Und also, dann fügst du Hotel ein, Restaurant. Deswegen sage ich ja, deswegen fand ich es so spannend, dass du sagst, du, und das meine ich absolut null Werten, dass du das als nachhaltigen Gedanken empfindest, weil da ja auch der Margin of Error für irgendwas funktioniert nicht mehr oder du funktionierst nicht mehr, halt extrem groß ist. Wenn ich daran denken würde, das beste Hotel in Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Russland, USA, Island oder so, alles zu testen und das mache ich dann irgendwie gefühlt in, das muss ja alles schnell passieren und auch geil produziert sein. Nein, das in so kurzer Zeit zu machen, wüsste ich zumindest, also rein als Typ Mensch, das wäre für mich, wie ich funktioniere, fernab von der Arbeitswelt nicht nachhaltig, weil ich bin danach nicht mehr für nichts zu gebrauchen. Bei solchen Sachen bräuchte ich dann immer, ich mache einen Trip, so wir machen jetzt bald oder wir sind jetzt gerade auf unserem Drei-Wochen-Trip und ich weiß, safe danach bin ich so einmal einfrieren lassen für einen Monat, bis ich wieder lebensfähig bin. So, weil das todesanstrengend ist und ich mich da voll verausgabe, weil ich halt gar nicht so funktioniere. Deswegen finde ich das total spannend, da eher was drüber zu lernen, weil du sagst, so ich finde es halt nachhaltig. Na klar, ich mache immer die extremsten Sachen, dann muss es beim nächsten Mal noch extremer werden, dann muss es noch größer werden und dann geht es noch weiter, weil das wäre für mich was, wo ich dann immer sage, so du kennst den Eisberg, wir nehmen Felix jetzt mal und dann bist du da so gestrandet auf einer sehr kleinen Spitze und du siehst eigentlich nur noch die Abgründe rechts und links von dir, weil wenn du einmal nachlässt, dann stürzt der ganze Berg umgekehrt sich, also als Zuschauerschaft noch nicht und sagt so, ja damals war geiler, damals war geiler. Und dann, wenn die ersten Leute das schreiben, dann bist du oben. Ja, aber dann muss dieses Fritz Meineke, fuck off, ich mache das hier für mich und nicht für euch, muss dann durchkommen. Und ich glaube, da ziehe ich mir übelst viel auch von Fritz, wo ich sehr happy drüber bin, den kennengelernt zu haben, weil er halt einfach einen Fick gibt. Der ist ein geiler Typ. Der ist ein richtig krasser Typ. Der macht immer extremere Sachen, aber halt nicht für die Community, sondern wirklich für sich. Der hat Bock auf große Projekte, der hat Lust, einen draufzusetzen und wenn er mal keinen draufsetzt und ein ruhiges Video macht und die Leute schreiben, ja fand ich schlechter als das andere, dann schreibt er denen, Fick dich, es interessiert mich nicht. Und ich schreibe halt nicht Fick dich zurück, aber ich scheiße halt auch einfach drauf. Ja. Und es ist nicht so, dass ich, ich lese Kommentare und so, aber ich habe halt einfach richtig früh damit angefangen, so zu denken, ich habe einfach überhaupt keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, wenn jemand irgendwas Negatives schreibt oder wenn jemand schreibt, damals war was geiler oder so. Natürlich kommt, geht das irgendwann mal nah? Geht nur nah, wenn die Leute immer, sage ich, den Punkt treffen, über den man selber nachdenkt. Genau. Das ist die einzige Kritik, die dich trifft. Wenn du bist so, ach, Minute drei bis vier habe ich irgendwie übel whack geschnitten, das war auch übel scheiße und dann schreiben die Leute, boah, Minute drei bis vier war echt scheiße und du bist so, ah, fuck, ja, okay. Genau. Dann bist du so richtig verletzt. Genau, dann bist du richtig verletzt, aber dann ist das auch konstruktive Kritik. Voll. Wenn jemand sagt, du dummer Hurensohn, dann bist du so, ja, ja, passt. Oder früher war alles geiler und du hast aber das Gefühl, warte mal, ich habe gerade übelst Bock, genau diese Videos zu machen und ich finde es gerade eigentlich geiler, als es jemals war. Dann ist einfach so, dann ist nicht deins, dann chill, dann geh weiter, geh weiter, kost nichts, es kostet wirklich nichts, du kannst dir alles gratis angucken, dann geht auch weiter. Und deswegen momentan mal noch, jetzt auch mit der Woche Pause, bin ich super happy. Und super entspannt. Super entspannt. Und das finde ich ganz gut. Ja, ich auch. Aber im gleichen Zuge, und ich muss kurz, ich mache kurz Regieanweisung, einfach mitten im Podcast. Ich habe Punkt 2 jetzt hierdurch ersetzt, das ist jetzt das Ende von Punkt 2, über das wir reden wollten. Ah, okay. Ja, Ende Punkt 2. Das schneiden wir natürlich nicht raus. Das ist schon vorbei, Punkt 2. Punkt 2 ist jetzt vorbei, ich gehe über in Punkt 3, weil das ist eine flüssige Überleitung, die ich damit tätigen kann. Ja. Siehe, ich werde jetzt die Überleitung machen. Jetzt haben wir viel über deine... Ja, stark. Thomas Gottschalk des Internets, man nennt mich nicht umsonst so. Wir haben jetzt viel über die Zeit davor gesprochen, jetzt will ich gar nicht über die Zeit jetzt sprechen, sondern über die Zeit, wo es denn hingehen soll. Weil bei dir finde ich es hyper interessant, wenn du sagst, immer weiter, immer mehr, immer größer, immer besser. Was ist denn dann überhaupt, weil ich kann es gar nicht einschätzen, deine Zielsetzung oder dein Traum, wo es mit dem ganzen Zeug hingehen soll? Weil das kann es ja eigentlich dann nicht geben, weil sich das immer weiterentwickelt, sage ich mal. Oder gibt es was Festes, wo du sagst, so auf jeden Fall, so wie Rewi immer gesagt hat, 30 unter 30. Also 30 Millionen verdienen unter 30, so. Bei dem war es immer so ein monetäres Ding. Hat er so wirklich gesagt? Also ich weiß, Rewi feiert, also ich weiß, Rewi feiert halt YouTube ohne Ende, aber bei Rewi schwingt natürlich auch immer so eine monetäre Geschichte mit. Der hat es ja auch schon im Stream gesagt, gibt es ja auch schon Ausschnitte von, deswegen da nehme ich ja immer was weg. Der sagt dann, ja, ich bin ja jetzt Millionär und ich finde es geil, dass ich das geschafft habe. Und ich finde es geil, dass das mir von den Leuten ermöglicht wurde. Also es ist jetzt nicht auf Kohle ausgelegt, aber so, ich glaube halt, es war eher ein Gag bei Rewi so, aber das jetzt nochmal exemplarisch als Beispiel. Ist es monetäres Ziel? Ist es irgendwas, was so ein Haus oder Family oder wo geht es hin denn? Bevor ich mein monetäres Ziel, was wirklich, äh. 100 unter 30? Ne, was wirklich peinlich Standard ist, bevor ich das sage, ganz kurz zu meinem Ziel, erstmal YouTube-technisch, ich möchte mehr Zeit zum Streamen und mehr Zeit für den Hauptkanal haben. Und ich habe dieses Jahr angefangen, The Studio zu machen, so ein Projekt, ne, was im Studio gedreht wird und unheimlich aufwendig ist. Sehr gut, sehr gut aber. Danke, aber es ist einfach zu viel. Ja. Und genau, genau dieses Ding ist zu viel und es bringt mir nicht die Happiness, ich hatte halt Bock, mich auch zu beweisen, das muss ich auch sagen. Ich hatte Bock, oh, ich mache das Studio und dann sehen alle, was ich für ein geiler Hengst bin, dass ich neben dem Hauptkanal noch eine Produktionsfirma quasi gründe. Habe ich mir auch gedacht. Ja, und ist alles cool, aber es hat mich null happy gemacht. Also wirklich gar nicht. Es ist einfach nur Belastung, es nervt übelst krank und es ist übelst teuer und es finanziert sich 0,0. Warum ist das so anstrengend? Weil... Du das machst? Hättest du einen Geschäftsführer gebraucht dafür, der das alles regelt? Wir haben richtig, also ich mache es mit Leo, meinem Cutter, liebe Grüße an Leo, den besten Cutter der Welt und Niklas, mein... Miguel. Ein... Schneide dich mal mehr. Ein... Einfach vollkommen... Nina einfach. Mein ehemaliger Hauptmod von Twitch oder auch immer noch Hauptmod. Wir haben das so zu dritt gemacht und das hat wunderbar funktioniert und Niklas hat unheimlich viel Arbeit davon abgenommen und hat das super gut geplant und so. Aber es ist halt trotzdem, an so einem Wochenende drehst du halt mit 150 Leuten. So, ne? Dann drehen wir, haben wir auch 35 Videos an dem Wochenende gedreht. Dann haben wir aber zwei Leute plus Leo, die an den Videos rumschneiden und dann musst du 35 Videos, Thumbnails machen, Schnitt abnehmen, Schnitt anleiten, CI finden, dann dich irgendwie um die Finanzierung kümmern, machen wir Merch, machen wir keinen Merch, gucken wir, ob Funk Lust darauf hat, was auch immer. Und das macht Laune. Aber es macht keine Laune, wenn du auf der anderen Seite einen Hauptkanal hast, auf den du deutlich mehr Bock hast, wo du noch mehr... Also du willst eigentlich kopfmäßig nur beim Hauptkanal sein. Das hab ich direkt zwei Monate... Noch bevor das erste Video online kam und wir zwei Monate da dran saßen, hab ich gemerkt, fuck, es macht überhaupt nicht so viel Spaß wie der Hauptkanal. Bei Hauptkanal kann ich jede Woche was anderes machen und ähm... Ja, so ist das. Aber war das, weil du zu wenig abgegeben hast auch, glaubst du? Nö. Weil es haben ja andere Leute, sagst du, geholfen, Leo und Niklas sagst du gerade, aber ich denke mir jetzt nur, also hört das auf? Weil das hört jetzt gerade, hört es sich so an, als wäre das Thema durch. Nein, das hört nicht auf. Okay, aber du hast dich da rausgezogen so ein bisschen, ne? Ich will mich noch mehr rausziehen. Ich will, dass es weiterläuft und ich will, dass wir die Fehler ausmerzen, aber ich will nicht mehr daily daran arbeiten. Das ist so. Wie löst du so ein Problem jetzt? Also ich frage tatsächlich selber sehr interessiert danach, weil ich, das nächste Jahr steht für mich auch im, natürlich in einem Umzug mit mehr Platz, beruflich nochmal, aber nicht mehr Platz für die Sturmwaffelsachen tatsächlich. Also natürlich mit einer Veränderung und einer größeren Küche zum Beispiel und sonst irgendwie was. Und noch ein paar Sachen, die ein bisschen Convenience-Upgrades sind sicherlich. Aber ansonsten bin ich ja mit der Fläche, die ich ja habe, ich habe gerade 180 Quadratmeter mehr als bedient, ne? Und davon nutze ich Studiofläche vielleicht so 80, 90, weil mehr brauchst du auch nicht für einen Kanal, so, ne? Stream mache ich von zu Hause, deswegen, das zählt irgendwie nicht so mit rein. Aber das ist so ein bisschen, du hast, ich möchte ja auch Firmen gründen, zwei sind es an der Zahl, also zwei Ideen zum Leben erwecken sozusagen und deswegen finde ich das so interessant, weil ich für mich immer gesagt habe, für eine der Firmen bin ich gerade schon sehr aktiv am Baggern von einem Geschäftsführer, den ich da gerne hätte, der dann von Anfang an sich um den Aufbau da kümmert, sodass ich da eigentlich nur Ja und Nein sagen muss. Okay. Und deswegen finde ich das so spannend, weil du gesagt hast, du bist da direkt drin, merkst so, okay, mein Shit macht mir mehr Spaß, was ich auch immer merke, wenn ich irgendwie was Neues mache, dann bin ich so, ne, meine Projekte, so im Podcast will ich gerade schon lieber machen, als irgendwie das, da weiß ich nicht, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht. Und halt auch Unternehmensführung ist halt vor allem 80 Prozent, Unternehmen 24 Prozent das machen, was man eigentlich will und da habe ich, mache ich bei mir schon, das muss ich nicht nochmal haben, ne? Und ich glaube, das ist so das, wo ich jetzt so ein bisschen reingeretschen will, damit du weiß, in welche Richtung ich lenke, damit ich vielleicht auch was mitnehmen kann. Oder vielleicht auch andere, die was gründen wollen. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil ich die Lösung noch nicht habe. Wir haben super viel vorproduziert und wir sind ja auch weiter daran am Arbeiten. Aber ich möchte zu dem Punkt kommen, wo ich Ja und Nein sage. Und kopfmäßig komplett woanders sein kann. Und ich habe keine Lösung dafür, aber es ist auch kein Problem, weil genau das gehört ja mit dazu. Und warum kein Geschäftsführer, der genau das macht? Wegen Stolz? Weil es sich ein bisschen wie Scheitern anfühlen würde? Aber warum? Ist doch immer noch deins. Ja, ist immer noch meins, aber ich muss der sein, der es macht. Aber es hört sich genauso an, als wenn ihr nämlich genau das brauchen würdet. Ja, genau. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Ja. Tamar hätte noch Zeit am Wochenende. Nein, nein, aber Freddy und ich haben da ja auch schon viele Gespräche drüber geführt und wir führen auch viele Gespräche über unternehmerische Dinge und sowas, weil ich ja, ich hätte ja gerade auch schon kurz erzählt, da vorher eigentlich auch ein Unternehmen hatte. Und du hast jetzt, mit Ausnahme von einem Menschen, der vorher gar nicht für dich gearbeitet hat, außer als Mod, hast du deinen Cutter, mit dem du eigentlich voll ausgelastet bist, nur ein schon bestehendes Projekt zu machen, dich in ein weiteres Projekt reingehangen, richtig? Und denen auch Verantwortung dementsprechend ihm übergeben für ein schon bestehendes Projekt, obwohl eigentlich klar ist, dass die Ressourcen, die du bräuchtest, um dein altes Projekt, nämlich dein wichtigeres Projekt, deinen Hauptkanal zu machen, eigentlich auch voll notwendig sind. Jein. Ja. Weil ich immer merke, wenn ich wieder was Neues mache, dass doch mehr Kapazitäten da sind als gedacht. Bei beiden. Und wir hatten beide mega Bock auf das Projekt. Und also war es nicht so, oh fuck, jetzt bin ich fertig mit dem Hauptkanal bei Leo, jetzt muss ich mich noch an das Studio setzen. Sondern auch für Leo war es so, oh geil, das Studio, fettes Ding. Das könnte richtig knallen. Wie lange und wie viel arbeitet ihr? Also es kommt schon häufig vor, dass Leo bis elf, zehn, elf sitzt. Ja, ist schwierig zu sagen. Jeden Tag oder machst du Wochenende? Nee, nee, ich mache jeden Tag, ja. Und wann fangt ihr an? Bis um zehn, elf, ja, wann fangt ihr an? Boah, also ich bin mal um neun, mal um zehn, mal um elf. Ich würde sagen so. Und dann, solange bis es fertig ist. Solange bis es fertig ist. Oder dann fährt man irgendwo hin. Ja, also ich muss immer sagen und das vielleicht auch, Ratschlag ist es nicht, weil jeder macht es anders, aber aus meiner Perspektive war es natürlich auch immer so, wenn ich mir eine Person am Anfang dazugezogen habe, dann war es halt auch heidlos zu viel, weil man dann irgendwie immer noch, also das war, ich habe es auch voll falsch gemacht, muss man sagen, dann war es halt viel zu viel. Und umso mehr Leute aber bei mir dazugekommen sind und jetzt schwören ja auch schon fünf Leute hier um mich rum, auch in Teilzeit und Werkstudent und sonst was, um auch natürlich da ein bisschen auf die Kosten zu gucken, wenn es so viele Leute sind, weil läuft gut, aber auch nicht Trimax gut so. Und merke ich aber schon, umso mehr Leute wir werden, dass wir deutlich mehr Corporate arbeiten. Also Wochenenden machen wir schon sehr lange, auch mehr an geregelter Arbeitszeiten haben wir auch dieses Jahr nochmal angefangen, irgendwie so ein bisschen effektiver drauf zu gucken. und deswegen sage ich glaube ich auch immer, vielleicht auch für dich als Einordnung, sowas passiert halt bei den Sachen und das hat bei mir immer, weil wie gesagt Tamay und ich auch häufig drüber sprechen, das hat bei mir halt immer dazu geführt, dass irgendwann die Steinwand auf mich und Mitarbeiter dann sehr rapide und sehr schnell zukam und dann war es bam, Ende, so für beide. So und wir waren einfach deutlich drüber, viel zu viel, weil ich es immer überlastet habe und auch genau diesen Drive hatte so, okay das ist jetzt gut, das läuft ja, das heißt was kann ich jetzt kaputt machen, wo kann ich jetzt reingehen, was will ich jetzt neu machen, was kann jetzt da sein. Das ist genau wie, ja Büro hier ist jetzt fertig, lass mal umziehen, lass mal größer machen jetzt, lass jetzt mal das Projekt machen, wir sind jetzt hier fertig, dann ist das bei mir so, okay jetzt brennt's, jetzt muss weiter, sonst passiert nix. Und ich glaube da sind wir alle immer sehr ähnlich, aber das ist auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen, wenn man solche, sagen wir immer, Mama-Papa-Systeme wie ein Wochenende nicht irgendwann auch mal für sich selber macht, wenn man sich dann selber in eine Struktur rein zwingt, dass du das planen musst, weil du selber sagst, die Kapazitäten sind dann doch da, wenn ich was Neues mache, die Kapazitäten aber zu nutzen für dein wichtigstes Projekt, Hauptkanal, sind eigentlich dann viel essentieller, weil dann lebst du einfach ein besseres Leben so, ne, auf lange Sicht. Genau und das ist mein Ziel, das auszuloten, das zu finden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hab halt überhaupt keinen Bock auf Wochenende, ich hab halt den meisten Spaß, also wirklich, also ich hab halt wirklich einfach... Und das ist halt dein Hobby und dein Job. Genau, 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 es ist halt wirklich einfach mein größtes Hobby und es ist mit riesigem Abstand mein größtes Hobby, neben mit meinen Leuten irgendwie was zu unternehmen, aber alle meine Leute sind mittlerweile in dem Bereich, entweder weil sie schon in dem Bereich waren oder weil sie auch reingerutscht sind. Und deswegen, meine Eltern sagen auch immer, mach mal ein bisschen weniger, mach mal ein bisschen weniger, aber ich hab das Gefühl... Da muss man auch manchmal drauf hören. Aber ich mach gar nicht so viel. Jetzt gerade, wo ich mir selber den Stress so genommen hab, ich häng halt den ganzen Tag mit Max rum, wir machen den ganzen Tag irgendwas, worauf wir Lust haben und wenn wir lustig sind, dann fahren wir so wie gestern einfach zu JP, testen den Burger für seinen Kanal, ne, er probiert den und ich fahr einfach mit, helfe ein bisschen, moderiere ein bisschen mit und esse, dann kann man sich auf einem Montag halt einfach auch mal ein paar Stunden freinehmen. Ja. Und solange ich mir das noch behalte, das ist, glaub ich, all. Wie viele Leute sind bei The Studio im Hintergrund aktiv? Ja, also Leo, Niklas. Ah, really? Ja. Und die beiden machen das alles, aber auch Filmen und so, weil ihr habt ja super viele Kameraperspektiven und dann haben wir Leute vor Ort. Ja, für die Drehs und für die aktive Post-Production holen wir uns Freelance-Leute ran. Arbeiten die dann auch so? Oder halt nach deren Timeschedule, weil die Freelance sind? Nee, die arbeiten nach deren Timeschedule. Okay, 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 okay. Was mich auch ein bisschen genervt hat. Ja, ein bisschen genervt hat. Wie, ich krieg das Samstag nicht, hey! Ja, hallo, es ist Sonntag. Ja, nix. Okay. Ja, okay, es ist Sonntag, ne? Ja, ich glaube, immer mit der Realität konfrontiert zu werden, ist schon schwierig. Aber wenn man einmal in dem Modus drin ist, habe ich auch gemerkt, so, es macht schon Spaß, das manchmal so nicht zu micromanagen, aber Sachen so ein bisschen stringenter zu kriegen. Und bei mir ist es ja dann auch noch mit Beziehung und Haustier irgendwie da. Irgendwann mal kommen halt Sachen dazu, die sind halt dann nicht mehr so, ich sage immer, wegkontrollierbar. So, sowas wie heute unregelmäßig gegessen und bis nachts durchgehauen, weil alles war geil, kenne ich genau das Feeling, aber sobald eine Konstante dazu kommt, die dich halt zwingt, auch konstant zu sein, wenn du jetzt hier zu Hause die Freundin rumsitzen hättest und die kommt halt dann nicht mit auf den Trip, ne? Oder die studiert noch oder die arbeitet hier fest irgendwo, dann ist es halt so, jo, einfach mal vier Wochen lang ins Ausland. Aber das ist einer der Gründe, warum ich Schluss gemacht habe. Ich habe meine Beziehung, nee, ich habe meine Beziehung beendet wegen Arbeit. Ah, tatsächlich? Ja, weil, aber null böse und das war für beide deutlich besser, einfach weil es nicht an der Nummer eins stand und das hört sich, ich habe das jetzt schon, ich habe das auch den Leuten im Urlaub erzählt und alle so, was, was, das ist ja übelst, assi, wie kannst du das machen? Es war halt einfach nicht an erster Position. Krass. Ja. Also jetzt gerade, muss man aber dazu sagen, ne? Wer weiß, was in fünf Jahren ist. Genau, jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade die Chance, das zu machen und es war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, für beide Seiten. Der Person geht's besser, mir geht's besser, ich mache mir keinen Stress mehr, ich konnte eh nicht die Zeit aufwenden, der Person das zu geben, was sie verdient hätte und im Endeffekt war es besser für alle, das zu beenden. Ich habe es beendet und es ist super schwer von außen zu verstehen, aber es war die beste Entscheidung. Ach ja, und ich hätte gerne einen 911, das war der monetäre, das monetäre Ziel. Macht Porsche nicht auch VIP-Leasing oder sowas? Ach nee, nicht für so Leute wie mich, die so super breite Hosen tragen und so. Ist mir auch schon aufgefallen, dass diese junge Leute in Autohäusern, dass man wirklich so nicht scheiße behandelt wird, aber anders. Ich mag's nicht. Nee, ich auch nicht, aber 911er mag ich wirklich sehr, sehr gerne. So ein GT3. Meinst du schon ernst? Ja, ich meine das wirklich richtig ernst. Quanta Costa? Boah, 180 aufwärts. 180 aufwärts? Genau, deswegen bin ich... Ein, zwei Krypto-Videos fertig? Ja, genau. Nee, ich bin halt so weit davon entfernt, wie man nicht weiter entfernt sein könnte, weil ich mein Geld in der Firma lasse und das die ganze Zeit reinvestiere in das Studio und neue Ideen und keine Ahnung was. Ja, denn für den Kliemannsche ist es da, es muss weg ganz schnell. Genau. Ja, also wirklich. Ich will's halt nicht privat haben. So, ich brauch's halt nicht. Zahlst du dir ein Gehalt aus? Ja, 1,5 netto. 1,5 netto? Ja. Wovon lebst du dann? 500 Euro Miete, 300 Euro Versicherung und ich setz halt alles ab. Deswegen geht halt viel aufs Geschäft. Da grinst er nur. Ja, okay, krass. Wenn ich halt essen gehe und geschäftliche Sachen bespreche, dann ist es halt geschäftlich. Ja. Es ist halt so. Und alles ist ja eigentlich geschäftlich, weil wir haben festgestellt, du arbeitest nur. Häufig, ja. Also muss man auch sagen, dieser ganze Influencer-Bereich ist wirklich halt eine echt extreme Grauzone. Tanken und eine Insta-Story machen ist halt dann geschäftlich irgendwie so ganz weird. Macht halt keiner, weil so ein Arschloch ist, es sind auch wenige so. Aber wenn es halt ein Geschäftstrip ist, weil du dich irgendwie mit einem Merchandising-Hersteller triffst, dann geht halt tanken schon wieder. Also das ist halt wirklich sehr verwoben, sag ich mal. Ja, es ist halt so. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt von hier nach Dortmund fahre und mich mit einem Merch-Typen treffe. Ja, mein Leben ist meine Arbeit. So, was kann ich jetzt absetzen, was nicht, ne? Ja, aber dann ist es ja so, dass ich nach Dortmund fahre, um Umsatz zu machen, um Steuern zu zahlen und dann... Ja, kannst du es auch. It is the way it is. Ja, es ist voll spannend. Also ich glaube, da sind schon viele Steuerberater dran abgebrochen und auch viele Steuerberater sagen immer, kannst du mir jetzt langsam mal die Sachen geben? Du hast ja alles zu versteuern, bitte. Grüße an den besten Steuerberater, bei dem wir alle sind. Danke, Leo. Der macht auch noch meine Steuern. Er schläft nicht mehr. Ihm geht's schlecht. Nee, meine Ex-Freundin macht meinen kompletten Finanzkram. Und meine Post. Okay, also scheint ja wirklich ganz gut auseinandergegangen zu sein. Ja, sehr. Okay, aber spannend. Bei mir war es ja nicht die Beziehung, die dann gekapert wurde, sondern ich habe mein Studium geschmissen. Ja, ich auch. Das kommt noch dazu. Studium geschmissen, mit der Freundin Schluss gemacht, um erfolgreich zu werden. Das ist, glaube ich, alles, was im FDP-Parteiprogramm drinsteht, um schnell junger, guter Unternehmer zu werden. Grüße an CL. Ja, Grüße gehen raus. Erstmal kurz Podcast in schwarz-weiß machen. So kann es nicht bleiben. So kann es nicht bleiben. Nie gab es mehr zu tun. Okay. Christian, kannst du das nochmal? Nie gab es mehr zu tun. Sehr stark. Und jetzt ganz viele Aktenordner. Ja. Und arbeiten. Arbeiten, Christian. Wir wollen alles digitalisieren. Hier, ganz viel Papier auf deinem Tisch für die Kampagne. Super. Super Produkt wieder. Geil. Naja. Gut. Also wir halten fest. Dein Traum ist 9-11er. Ja. Geht hier rein. Dein Traum ist, noch erfolgreicher zu werden auf YouTube. Ja. Ja. Dieses Jahr noch halbe Million Abonnenten. Boah, das wäre ein Traum, ja. Das wäre ein Traum. Hast du auch mehr als verdient, sage ich immer. Danke. Ähm, und, noch was? Ne. Ne? 9-11er und halbe Million auf YouTube wäre schon ein Traum. Also. Es klingt so dumm mit dem 9-11er, aber es ist, es ist halt. Es sind simple, ey, bei mir war es ein Audi TT. Ja. Oder ein Audi TTS und ich habe mir ein Audi TTS irgendwann gekauft und ich war so, geil. Ja. Und dann habe ich einen Hund mir geholt und war so, verkauf mal. Pass in den Kopf herum. Ja. Fertig. Ja. Jetzt habe ich einen scheiß Mercedes. So. Ich weiß halt auch nicht, ob es das ist. Aber ich finde das Ding halt cool. Aber sagen wir mal, du schaffst es in den nächsten fünf Jahren. Was dann? Was kommt nach einem 9-11er? Nur noch die Karriere dann. Ja. Und wahrscheinlich werde ich dann auch in dem Moment, wenn es dazu kommen sollte, in dem Moment, wo man das Auto abholt, wird man dann auch merken, oh shit, das bringt ja überhaupt nichts. Ich bin ja gar nicht glücklicher. Krass. Tja. Ja. Und dann geht es weiter, ne? Da will ich dann nochmal einen Podcast mit dir machen, wenn du 9-11er hast. Ja. Im 9-11er. Im 9-11er machen wir dann. Auf der Autobahn. Ja. Genau. Und dann frage ich die ganze Zeit, geht das auch in elektrisch? Das ist ja viel zu laut. Da hören wir ja gar nichts. Finde ich gut. Finde ich auch spannend ein bisschen, muss ich sagen. Aber, wir haben ja schon mal, gerade eben, hast du es mal im Nebensatz angesprochen. Und ich habe dich dafür auch kritisiert, öffentlich. Das war ja mal einer der Sachen, die extrem waren, wo es weitergehen sollte, wo die Reise weitergehen sollte, die nicht so funktioniert hat. Das war in deiner Vorbereitung für 7 vs. Das war in deiner Vorbereitung für 7 vs. Wild. Da hast du sieben Tage mit sieben Leuten wirklich in einem Wald in Schweden überlebt. Das war ein Projekt von Fritz Meinecke. Jeder hatte eine Kamera dabei, kein Handy, sonst nix. Sonst nix, Messer vielleicht oder so. I don't know. Ja, sieben Gegenstände noch. Sieben Gegenstände noch, ja. Und da musste man überleben. Und in der Vorbereitung dafür bist du einmal 5000 Kilometer nach Paris gefahren. 500. 500 Kilometer. Also man kennt die 5000 von Köln nach Paris. Ich war nie schlecht. Was bitte? Biografie? Was bitte? Sehr gut. Ich habe einen Schlaganfall. Stark. Stark. Mach einfach weiter. 500 Kilometer von Köln nach Paris in sieben Tagen. Vier. Vier Tagen. Komplett geisteskrank. Habe ich mir angeguckt. Und dann bist du noch bergsteigen gegangen. Noch was? Nö, nö. Nee. War dann danach vorbei. Genau, danach war es dann vorbei. Die Vorbereitung war vorbei, genau. Also das Fahrradding habe ich mir angeguckt. Mit der Legende Ansgar. Ansgar, die Legende. Jawohl. War mit dabei. Absolut krankes Video, weil du schon viele Sachen gemacht hast ohne Vorbereitung, wie zum Beispiel auch Marathon laufen, was funktioniert hat. The fuck, Dave? So, und du hast auch ohne Vorbereitung gemacht. Du hast dir zwei Fahrräder bekommen von so einer Rennfahrradmarke und bist dann einfach losgefahren. Ja. Machst du irgendwas an Sport? Nein. Sehr professionell rauchen, ja. Wie? Ah, ich muss wieder 22 sein, glaube ich. Ich glaube, das muss ich dir. Ich sag's dir mit fast 30. Wir hatten halt jemanden dabei, der hat das Tempo vorne gemacht beim Fahrradfahren und dem fährst du halt hinterher. Und wenn die Gruppe fährt, dann fährst du halt auch. Und das ist halt nervig. Die Leute denken immer, oh, im Video wird das dann so glorifiziert. Alter, es war übelst geil mit dem Rennrad. Es war halt vier Tage lang ab, fuck. Du stinkst, es ist übelst anstrengend, du isst nicht vernünftig, du kotzt dir wirklich die Seele aus dem Leib und wenn es dann noch anfängt zu regnen, ist es scheiße. Aber man muss halt Bock haben da drauf. Und wenn du Bock hast, dich irgendwie selber zu pushen, dann ist das das Geilste, was du machen kannst. Und das geht auch. Also da waren viele Leute dabei, die null Erfahrung hatten. Einer, ein Kumpel, oder kein Kumpel, einer, den ich da kennengelernt hab, aus Köln, der hat auch seit vier Jahren keinen Sport mehr gemacht und ihm hat man es noch mehr angesehen als mir. Aber der hat halt durchgeballert. Und wenn du Bock hast, dich zu strizen, dann... Hat es dir am Ende was gebracht? Bist du da anders rausgegangen oder war es einfach nur für ein gutes Video? Ich war halt unnormal happy mit dem Video. Und das Radfahren hat im Endeffekt dann auch, also die Sachen geschafft zu haben, hat auch übelst Laune gemacht. Ja? Ja, es war richtig geil. Auch mit Seele aus dem Leib kotzen und stinken und das ist dann geil? Ja. Ja, okay. Safe. Es war richtig geil. Ich bin halt einfach sehr gemütlich geworden, merke ich gerade, wenn ich mit dir rede. Ja, das Ding ist, es war richtig geil. Und dann sind wir noch auf diesen Berg gegangen danach. Richtig, das war ja Nummer zwei. Genau. Und das war schon ein bisschen schwieriger. Genau. Und danach habe ich dann auch gesagt, okay, es war jetzt geil, sich so... ne, so an die Spitze zu... oder an so einen Peak irgendwie aus sich heraus zu prügeln. Aber jetzt brauche ich es auch erstmal nicht. Aber nächstes Jahr bestimmt wieder irgendwas. Aber hast du das nicht abgebrochen wegen dem Backlash, sondern weil du gesagt hast, jetzt will ich nicht mehr? Oder gab es noch eine weitere Planung für diese Vorbereitungsreihe? So was wie Fallschirmspringer Schein machen oder sowas? Äh, ich hatte vorher gedacht, boah, und nach dem Ding gehe ich dann noch vier Tage lang ohne irgendwas in die Wildnis und probiere quasi so wirklich ein Vording für Seven Verse Wilds machen. Als ich dann aber vom Berg runtergekommen bin, noch bevor das Video rauskam, dachte ich, ey, so, jetzt nervt es mich auch. Jetzt erstmal GTA, Playstation, kurz mal chill. Genau, ja. Jetzt, ich musste, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf Outdoor. Und die Sachen habe ich mir auch angeguckt, um auf das Bergsteig-Video mal zu kommen. Das war ja mal, ich sage mal, dann einer der klassischsten Fälle, weil du ja, wie du schon gesagt hast, von Fritz eine sehr große I don't give a fuck Attitüde erhalten hast. Die gilt aber nicht nur unbedingt dann Leuten, die weirdes, selbstreflektiertes Feedback an dich weitergeben, sondern manchmal auch ja generell in Lebensregeln, was dann auch dazu geführt hat. Warum ist es so entstanden, wie das entstanden ist? Weil, kurz zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen, du bist auf einem 4000er, 4000 Meter hohen Berg geklettert. Dafür sollte man schon ein bisschen eigentlich sich auskennen im Bergsteiger-Milieu und halt auch ein paar Sachen so kennen oder wissen, zum Beispiel, das weiß selbst ich, Depp, das habe ich auch im Video gesagt, nicht um 16 Uhr losgehen, wenn es gleich dunkel wird, sondern vielleicht so 6 Uhr morgens, damit man auch heile da hochkommt im Hellen und heile da runterkommt im Hellen und nicht im Dunkeln anfängt zu klettern, wenn man noch nie auf dem Berg gestiegen ist. Ja. So. Und das habt ihr gemacht. Ja. War dumm. Ja. Und auf 4000 ist auch schon an dem Punkt, wo man vielleicht mal über Sauerstoff maybe nachdenken sollte, oder? Jetzt nicht Sauerstoffversorgung, aber man merkt, dass weniger da ist, ja. Ja. Das Feuerzeug von der Zigarette ist so schlecht angegangen. Ja, wir sind oben. Ja. Ich habe tatsächlich oben einen geraucht. Aber den Stümmel wieder mit runtergenommen. Ja, ja. Nee, wirklich. Oben so eine kleine Fahne einfach noch, wenn man eine Zigarette einfach hat. Ich habe meinen ganzen Müll ausgeleert, den ich aus Köln mitgebracht habe. Ja, holt ihn doch weg, wenn es euch so stört. Klettert doch hier hoch, 4000 Meter. Ich mache meinen Müll immer nur an Orte, wo Leute es nicht kriegen. Genau. Auch eine tolle Videoserie. Oh ja. Sehr tief tauchen und da Müll deponieren und sagen, ja, holt doch weg. Müsst ihr nur hier. Ich habe radioaktiven Stoff 4000 Meter im Meer versenkt. Das ist meine neue Serie Uran. Shoutout an RWE, mit denen mache ich das zusammen dann irgendwie. RWE-Dave ist wieder hier. Ich werde jetzt erstmal ein paar, erstmal ein bisschen Atommüll und ein bisschen, ein bisschen generell. Mit dem Code Dave 15% auf euren nächsten Uran. Ich buddle jetzt ein ganz großes Loch mit RWE zusammen. Genau. Und ich stecke da Atommüll. Ja. Und gucke, ob ihr es findet. Holt euch doch einen großen Bagger. Irgendwie so. Ne, hört sich gut an. Ja, Top-Serie bin ich auf jeden Fall dafür. Da kommt der 9-11er schneller als der Dänke jetzt, glaube ich. Das ist Video Nummer 1, dann steht der schon da. Nee, aber ihr seid dann einfach los, da hoch. Wie ist das zustande gekommen? Erzähl mal. Naja, also die Blue Horizon Exploration Jungs habe ich früher oder später irgendwann auf YouTube einfach gefunden. Die segeln, ohne dass sie vorher irgendwann mal gesegelt sind. Also die haben einen Segelschein, aber nicht mehr. Um die Welt gerade mit einem Boot, das sie sich selber ausgebaut haben. Und die kamen für eine kleine Pause nach Deutschland. Dann habe ich gesagt, ey, lass irgendwas zusammen machen. Dann haben die gesagt, ja, wir haben übelst Bock bergzusteigen. Gute Pause. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, geil. Und dann sind wir losgefahren. Meine Eltern haben ein Wohnmobil. Shout out an meine Eltern, von denen wir das haben konnten. Das sind die besten Eltern. Genau. Und dann sind wir da hingefahren und sind halt losgelaufen. Aber ihr seid noch in so einen Laden gegangen, ne? Ja, genau. Weil das war auch mit in diesem Video drin, da habt ihr euch so ein bisschen Gier noch geholt. Genau. Wo dann auch der Ladenmitarbeiter schon meinte, was habt ihr denn vor? Und ihr gesagt habt, wir wollen jetzt da hoch. Und dann hat er gesagt, Leute, es ist 14 Uhr jetzt gerade schon. Genau. Das ist keine gute Idee. Hat man dann nicht auch mal Bedenken, wenn einem jemand, der das kennt, sagt, geht's besser nicht? Das Ding ist, der hat ja auch gesagt, holt euch einen Bergführer. Ich leih euch nur die Sachen aus, wenn ihr einen Bergführer habt und so. Wir haben den halt komplett angelogen und haben halt gesagt, wir holen uns einen, wenn wir halt rausgehen. Ja. In unserer Gruppe war diese Gruppendynamik jedes Mal, also wirklich, wir hatten vorher schon drüber gesprochen, die Leute sagen, irgendwas geht nicht. Und im Endeffekt musst du es einfach nur machen und es funktioniert. Quint Essenz aus diesem Projekt war, es hat funktioniert, aber es war halt fucking dumm. Und wurden fassbar gefährlich. Genau. Und man hätte auf die Leute hören sollen, warum die das sagen. Klar kann das sein, dass es funktioniert, aber die Chance wird eben größer bei solchen Sachen, dass es nicht funktioniert. Ja. Und sich dann hinzustellen im Video und zu sagen, aha, krass, hat doch funktioniert. Ist halt der falsche Weg. Voll. Da bist du ja auch mit auf eingegangen, wir waren Zweiteiler im ersten Teil. Ich habe mir auch beide angeguckt, auch im Stream. Und ich habe dich ja, glaube ich, auch das erste Mal öffentlich richtig fertig gemacht, weil ich gesagt habe, das finde ich wirklich krankhaft unverantwortlich. Und habe da selber in meine Reaction noch so ein Plädoyer reingepackt mit, mach die Scheiße auf gar keinen Fall. Auch wenn es natürlich dann auf dem Reaction-Kanal niemals so viele Leute erreichen würde, wie du mit deinem Video. Aber selbst wenn es da nur einer sieht, der denkt, ich wohne ja auch in München. Da fahre ich doch mal einfach 100 Kilometer weiter und gehe auch hoch. Ist das eine dumme Idee, ne? Also hast du dann ja auch nochmal nach dem ersten Video mit reingepackt. Zum Glück war es ein Zweiteiler höchstwahrscheinlich. Um da nochmal die Kritik mit aufzunehmen, weil das ja auch wirklich alle geschrieben haben. Weil es halt falsch war. Ja, voll falsch. Weil es halt einfach de facto scheiße war. Ja, genau. Aber wie hast denn du das Feedback aufgenommen von der ersten Folge? Saßt ihr das schon und warst so, ah, okay, fuck, ja, die hatten schon recht, oder? Weil du wusstest ja schon, wie die Geschichte ausgeht zu dem Zeitpunkt. Ja, ich wusste, wie es ausgeht. Und ich bin tatsächlich wenig überrascht gewesen. Weil ich auch schon wusste. Naja, ich wusste halt auch schon, dass es scheiße ist. Ich dachte halt nur, ja, so viele Leute wird das jetzt nicht jucken, ob das scheiße ist. Ich habe halt auch zu dem Zeitpunkt auch immer noch so ein bisschen gedacht, ja gut, nur weil ich Sachen mache, heißt es ja nicht, dass es irgendjemand anders machen muss. Ist halt falsch. Ich muss halt mit dem Beispiel vorangehen, um diesen Rahmen abzustecken, wo Sachen klar gehen und wo nicht. Und das war einfach wenig Erfahrung und schlecht oder wenig, zu wenig nachgedacht und mich einfach meiner Verantwortung entzogen. Und ich glaube, das war mir eine gute Lehre. Also das war der krasseste Backlash, den ich je hatte. Im Endeffekt war es aber überhaupt kein Backlash. Die Leute haben nur gedacht, haben nur halt gesagt, ey, das war scheiße, richte das mal bitte wieder gerade, das ist gefährlich, das ist dumm. Und eigentlich finde ich das immer geil, was du machst, aber das war eins drüber. Und das war bisher das krasseste, was ich hatte. Und das war einfach nur so, oh okay, ich sollte wirklich darauf achten, wie ich Sachen kommuniziere und so. Weil anscheinend habe ich wirklich bei manchen Leuten oder bei manchen Altersgruppen oder bei manchen Themen so ein bisschen Power. Oder kann zumindest Leuten Lust auf irgendwelche Themen machen. Und dann war alles gut. Ist es so ein bisschen bei dir auch, dass du sagen würdest, dich würde das mal weiterbringen, wenn so eine Gamescom wieder stattfinden würde und mal so eine Traube an Leuten um dich rumstehen, dass du mal einfach realisierst, was da überhaupt für eine Gewalt hinter ist und wer da guckt und auch welche Dötzchen da manchmal vor dir stehen, die dann einfach dann sagen, Dave, cool, will ich auch sein. Los! Ich weiß nicht, ob... Oder so ein Treffen. Ja, ob das der Punkt wäre. Ich merke jetzt schon echt, dass mich Leute erkennen auf der Straße häufiger. Aber ich habe einfach Bock auf Gamescom. Sito, muss ich mal sagen, ja. Ja, aber doch da und auch bei ein paar anderen Sachen, wo ich dann mal so Links getrackt habe und geguckt habe, wie viele Leute ich irgendwo hinleite, das hat mir das schon ziemlich gut gezeigt. Und auch zu sehen, dass es echt Leute sind, die auch was im Kopf haben, hat mich zum einen sehr gefreut, weil ich gemerkt habe, oh okay, die Leute haben gecheckt, dass es unverantwortlich und scheiße war. Bedeutet, die haben in dem Moment weiter gedacht als ich. Das bedeutet, die Leute, die gucken, sind nicht einfach so Leute, die sich davon so berieseln lassen, sondern die wirklich aktiv gucken. Und all in all war das Bergsteigding komplett positiv. Weil du viel mitgenommen hast. Genau, weil ich was mitgenommen habe. Was wäre denn so ein Mechanismus, dass du sagst zum Beispiel, jetzt habe ich eine größere Sicherheit, nicht mehr vielleicht diesen Eins drüber zu machen. Also was nimmst du denn jetzt? Oder mit einfach noch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen reflektierter? Leo, vielleicht. Leo auch? Jemand, der mit mir gemeinsam an dem Video arbeitet und ich nicht mehr alleine das Ding mache und das probiere mit mir selber auszuloten, sondern jemand, mit dem ich quasi Ping-Pong spielen kann, der sagen kann, ey, das ist eigentlich zu kritisch. Zu krass, okay. Und man ist aber selber drin, hat das, man hat fünf Tage daran produziert. So betriebsblind so ein bisschen. Genau, ja. Und seitdem ist ja auch nichts mehr passiert und ich plane auch, das weiterhin so zu tun. Okay, also nicht an Flugzeug hängen. Nee, genau, sowas nicht. Einfach mal so Wind surfen, so wie Balou und seine Crew so ausprobieren, ob es klappt in Real Life. Nee, nee. Und ich glaube, so findet man einen ganz guten Mittelweg. Okay, also nochmal ein bisschen Ratio dazu ziehen. Genau. Okay. I like, I like. Ich finde das gut. Ich fand es auch gut, dass wir das nochmal so behandelt haben. Finde ich auch gut. Finde ich auch wirklich sauer. Ich habe jetzt noch so für mich die ein oder andere kleine Frage, weil ich finde dieses, ich habe mit Max nämlich über euer Verhältnis geredet und ich kenne ja jetzt nur Max-Perspektive und ich würde es nochmal ganz gerne aus deiner Seite mitbekommen. Max war ja in der Uni, habt ihr euch kennengelernt? War ja Semester oder zwei über dir? Ja, wir haben uns bei einem Dreh mit Luca Concrofter kennengelernt und dann gemerkt, dass wir auf derselben Uni sind. Stimmt, du warst der Praktikant. Bei Studio 71, ne? Genau, ja. Das beste Netzwerk. Ja. Super. Naja, ich würde hinter der Aussage wirklich stehen, aber ich stehe halt grundsätzlich nicht hinter dem Konzept Netzwerke. Naja. Bist du in einem Netzwerk? Nein. Warum nicht? Weil ich sehe keinen Sinn. Gut, haben wir das geklärt. Ne, und da habt ihr euch kennengelernt. Dann hatte Max aufgrund verschiedener Umstände ein Hotelzimmer frei in seiner New York-Reise. Genau. Und dann hat er einfach direkt gesagt, du bist auf der Uni, komm mit. Ja. Hast du, bist du auf die zugegangen, weil du schon gedacht hattest, so ey, das sind erfolgreiche Influencer und ich will auch nochmal was machen? Oder wie kam das da zustande? Nö, also ich war ja Praktikant bei Studio 71. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Ich hab mich beworben. Und noch eins weiter. Warum Studio oder wie kamst du zu Studio 71? Naja, also ich hab mein Abi gemacht, meine Eltern haben gesagt, ey, du kannst dir ein Jahr freinehmen, aber du darfst nicht nichts machen. Also entweder du gehst arbeiten, du gehst reisen, du gehst Praktikum machen, irgendwas. Du fängst auf jeden Fall nicht an, weil die wussten, wie viel ich zu der Zeit gekifft hab, du fängst nicht an, das hier jetzt ohne Schule weiterzuführen. So, ne, also mach irgendwas. Und da hab ich gesagt, okay, ich will irgendwie in YouTube-Richtung arbeiten, Mediakraft ist schon komplett allen Leuten um die Ohren geführt. Das nächste größere Ding mit irgendwie dicker Firma im Hintergrund war Studio 71. Ich hab auch Bewerbungen zu, in Richtung Revi, in Richtung Felix von der Laden und so geschickt. Ne, nein, leider nicht. Sorry. Warum nicht? Ja, ich kann's dir nicht sagen. Zu wenig Reichweite, zu viel Trash, die Leute, ich brauch mal so ein, ich brauch mal so ein, ich brauch mal ein Monat Praktikum von Felix von der Laden, der hier einfach mit ein paar 50.000 Euro Kameras ein paar Aufnahmen macht. Das ist die Nütze, Freddy, merkst du das nicht? Ja, auch kein Fernsehauftritt, ne? Ich sag's dir nach wie vor, seit fünf Jahren bei der Tochterfirma ProSiebenSat1 nicht. Einmal hab ich eine Anfrage bekommen, doch, nee, stimmt nicht. Ich hab einmal eine Anfrage bekommen für so eine Talkshow. Ne. Ne. Ja, naja, die Mails von, bei den beiden blieben unbeantwortet und auch mein Bewerbungsvideo bei Felix von der Laden, das erste Video von mir, das über 100.000 Aufrufe hat, blieb komplett, als Cutter, blieb komplett unkommentiert. Dann hab ich gesagt, okay, dann bewerb ich mich bei Studio. Bin zu Studio gegangen und hab denen eine SEO-Optimierungs, wie SEO, also Video-SEO, einfach eine YouTube-Optimierungstabelle vorgelegt. Beziehungsweise die haben gefragt, du kriegst 1.000 Euro und einen Kanal mit 1.000 Abonnenten, was machst du? Dann bin ich Punkt für Punkt für Punkt durchgegangen, hab denen aber mein Handy hingelegt, weil ich das alles im Kopf hatte, weil ich halt jahrelang vorher YouTube irgendwie studiert hatte und auch schon vorher ein bisschen YouTube-Videos gemacht hatte. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann, Komma, gucken wir uns das mal an. Dann hab ich da auch richtig viel gearbeitet und hatte eine Menge Spaß. Wie lange warst du da? Boah, es war dann so schwammig. Irgendwann hab ich gesagt, ich will weiter für euch arbeiten, aber nicht aus Berlin. Dann bin ich nach Köln gegangen, hab da weitergearbeitet und da hab ich dann Max kennengelernt. Genau, und so ist das dann zustande gekommen. Und zu dem Zeitpunkt hab ich studiert und Max hat gesehen, oh, der kann mit der Kamera umgehen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt im dritten Semester, wo wir jemanden brauchen, der mit Kamera umgehen kann. Also haben wir das gemeinsam gemacht. Und dann hab ich alle Projekte von denen im dritten, vierten, fünften Semester mit denen gemacht. Und ich hatte aber noch das erste und zweite Semester, hätte ich nochmal ein bisschen, das hab ich dann abgebrochen. Aber so ist die Connection mit Max zustande gekommen. Freddy, du musst ein Stück in die Mitte rücken. Oh, da ist viele Regieanweisungen drin, ich find's ganz geil eigentlich. Entschuldigung, du bist rübergerutscht während des Podcasts ganz lang. Achso, ja, das ist ganz normal. Machst du unscharf. Ich bin ein kleiner Rutschi, das ist ganz normal. Ich hab da schon mit Max drüber gesprochen und ich hab ihn immer so als Epizentrum für seinen Freundeskreis bezeichnet, der alle um sich rum erfolgreicher macht. Max ist ja irgendwie so ein weirder Pol von Motivations und Genuss irgendwie so zugleich, dass man sich wohl eingewickelt fühlt, so in Liebe und Freundschaft und damit dann so eine verbundene Sicherheit kriegt, um das zu machen und sich das zu trauen, was man ganz gerne will. Obwohl das selber zweieinhalb Jahre mit seiner Pause nicht ganz geschissen bekommen hat, da rauszukommen. Und dann eher mal Freude und Leben im Vorrang stand, um viele Sachen zu sortieren und auch Studium abzuschließen, bis es dann jetzt wieder losging und mit mehr als nur Karacho. Würdest du denn auch sagen, Max ist so das Epizentrum da drumherum und hat der dich dazu gebracht? Oder wie ist da die Entwicklung passiert zwischen eurer Freundschaft und auch dem YouTube-Kanal? Weil das wird ja, glaube ich, auch da stark beeinflusst gewesen sein. Jo, also erst mal zu Max' Position und so. Ich hab dem letzte Woche nach zwei, drei Bier so gesagt, ey Max, du bist die Person geworden. Boah, also es klingt jetzt, klingt wirklich cheesy, aber es ist so. Max ist wirklich, also wirklich besonders. Er ist die Person geworden, die er werden wollte. Früher, der hat immer erzählt, boah, früher, da hab ich Leute irgendwie in der Schule so ein bisschen gepiesackt und so. Und das hat mich irgendwann übelst genervt. Und dann hab ich mir selber gesagt, ich höre jetzt auf damit und ich probiere nur noch so positiven Kram zu machen. Und ich hab Max so gesagt, Max ist der beste Freund in der Beziehung, den man sich wünschen kann. Der beste Arbeitskollege, der beste, beste Freund, der beste Gastgeber. Also Max ist wirklich richtig besonders. Finde ich auch. Und da heraus sind wir halt irgendwie beste Freunde geworden, weil das irgendwie direkt geklappt hat oder gematcht hat. Und irgendwann hat Max so gesagt, ey, ich weiß, dass du YouTube-Videos machen willst. Mach's einfach. So, du, du fehlst da irgendwie. Du hast übelst die krassen Ideen. Ich hab keinen Bock, die umzusetzen. Ich hab damals immer dann mit Max so ein bisschen Videos gedreht und hab gesagt, ey, du musst es machen. Hab dann für den die Kamera gemacht und so. Warst du hinter dieses Klo spritzt Pisse? Nein, leider nicht. Ah, fuck, Alter. Das kam leider nicht aus meiner Rede. Fuck, Alter. Hat er schon noch selber gemacht, ne? Ja, das hat er selber gemacht. Immer noch fast erfolgreichste Video. Ja, genau. Und da hat er gesagt, ey, mach's. Ich weiß, dass du das machen willst. Mach's. Dann hab ich gesagt, ja, okay, ich probier's mal. Und dann hat er mich richtig gepusht. Ja, und jetzt ist es so. Und dann hat er meinen jetzigen Mitbewohner einen Job in der Szene besorgt. Der macht jetzt Management von einer sehr großen Person in YouTube Deutschland nach anderthalb Jahren. Das hab ich auch mitbekommen. Da ist auch viel passiert. Und hilft ja auch viel immer noch seinem Bruder, ne? Auch mit Videoideen und sowas. Alter, der ist... Max ist schon ein ziemlich krasser Strippenzieher hinter seinem eigenen Kanal, der jetzt ja auch wieder boomt ohne Ende, ne? Hinter allem. Was glaubst du, ist das Erfolgsrezept dahinter? Selbstlosigkeit? Mhm. Aber Max ist wirklich verrückt. Mhm. Selbst wenn man den nur einen Abend trifft, so, dann sagen Leute, als meine Mutter den getroffen hat, meine Mutter hat gesagt, boah, Max ist ja wirklich wow. Genau. Schwiegersohn, ja. Ja. Als er meinen Bruder den getroffen hat, der überhaupt nichts mit diesem YouTube-Ding und überhaupt nichts mit Leuten wie mir oder Leuten um mich herum anfangen kann, die auf cool mit coolen Schuhen und coolen Klamotten und so, sondern, ne? Der so wirklich einfach so Abstand davon hält, sagt so, boah, Max ist ja echt, echt jemand Besonderes, so, das merkt man, boah, ist richtig angenehm mit dem irgendwie unterwegs zu sein. Max ist komplett crazy. Aber positiv. Ja, komm. Ich hab mit ihm eben auch viel darüber gesprochen, über dieses Thema Gönnen, weil ich glaub, da kommt auch viel her. Du nennst es jetzt selbstlos, ist ja jetzt gleich dann im Prinzip. Das find ich auch spannend, weil ich auch zu ihm gesagt hab, das ist der einzige Mensch, den ich kenne, der in unserer Szene anderen Leuten von Herzen wirklich etwas gönnt. Also, der auch mir schon oft geschrieben hat, irgendwie, wenn was gut gelaufen ist bei mir, aus dem Nichts, niemand macht das, aus dem Nichts, der dann einfach schreibt so, Digga, gönne ich dir übel geile Nummer, übel geile Nummer. Und da hab ich ihm auch gesagt, als er hier war, ich probier mir da auch immer noch ein bisschen mehr abzuschneiden und einfach mal wirklich zu lernen, anderen Leuten auch von Herzen was zu gönnen. Nicht, dass ich das nicht tun würde, aber das klar zu kommunizieren, dass andere Leute auch verstehen, dass man die wertschätzt, aber auch so ein bisschen wertschätzt über dieses so, hast du Zeit für Video, so hinaus, ist glaube ich halt auch echt wichtig und richtig. Ich merk aber auch selber, muss ich sagen, dass es echt ein harter Weg ist. Hast du dir davon was abgeschnitten? Bist du da auch so selbstloser geworden, würdest du sagen? Oder hast du dir da was mit eingepackt? Also, Max hat definitiv einen riesen Einfluss auf mich und meine Entwicklung und so. Aber ich glaube, es wäre falsch, jetzt zu behaupten, dass ich mehr in diese Richtung gegangen bin. Es ist gut, dass ich Max an meiner Seite hab, dann kann man immer so Good Cop, Bad Cop mäßig und ich kann weiter... Bad Cop sein? Genau. Und ich hab bestimmt mir Sachen davon abgeschaut, weil Max ist halt auch unheimlich stark so im Connecten. Und nicht, weil er connecten will, sondern einfach, weil er sich wirklich gut mit allen Leuten versteht. Voll, ja. Und ich glaube, ich hab hauptsächlich mir davon mitgenommen, dass ich grundsätzlich alles geil finde. Jeder, der irgendwas macht, ich find's wirklich richtig geil. Ich find's 400 Mal geiler als Leute, die bewerten, was andere Leute machen. Ich find's immer geiler, wenn du jetzt der schlechteste YouTuber bist, den Deutschland zu bieten hat und du den schlechtesten Rap-Song dann als YouTuber machst, find ich das fast noch, find ich das immer noch geiler als die Leute, also deutlich geiler als die Leute, die in die Kommentare schreiben, was er sich dabei gedacht hat. Weil er es gemacht hat. Weil er es gemacht hat. Ja. Viel geiler. Das ist immer die Essenz, ne? Immer machen. Immer machen, dann gucken. Genau. Das bin ich auch immer. Ich bin Nachregulator. Ich mach erst und wenn dann gut ist, dann regulier ich dann in die Richtung weiter und wenn es schlecht ist, dann probier ich nochmal das laufen zu lassen, aber irgendwie das nochmal zu verbessern, ne? Aber Hauptsache, es lebt schon mal irgendwie. Es hat so ein bisschen Platz zum Atmen. Deswegen ja auch jetzt so unsere Platzgeschichte, weil ich diese zwei Ideen oder besonders eine Idee davon jetzt schon seit anderthalb Jahren mit mir rumtrage und das hab ich noch nie gemacht und ich merke, wie unfassbar schlecht es mir damit geht. Also ich hab wirklich ein Problem in mir drin und das kenn ich nicht. Weil normalerweise, also es hat unfassbar viele Faktoren jetzt da drin gehabt, die dieses Ding einfach so schwer gemacht haben und dann hab ich auch das erste Mal gemerkt und vielleicht das auch als kleiner Ratgeber für alle Leute, die was gründen wollen oder was machen wollen, umso länger eine Idee in einem drin ist und nicht lebt und stattfindet, umso komplexer wird das. Und dieses Ding hat jetzt Probleme aufgeworfen bei mir, über die ich gar nicht nachgedacht habe vor einem halben Jahr und die in so einer Was-wäre-wenn-Abfuck-Rotationen da drin rumrödeln. Deswegen, glaube ich, verstehen wir uns auch immer so gut oder ich bin immer so unfassbar glücklich, wenn ich mit euch oder eurem Freundeskreis da irgendwie unterwegs bin, weil dieses Wohlgefühl dann überschwappt, weil das auch alles Leute sind, die immer so ausgelebt sind. Weißt du, also dieses so, ich mach das jetzt, hä? Dafür mach ich das doch. Das ist so gar keine Frage, dass man das so verkopft, sondern ich mach das und dann ist es gut oder ist es schlecht, aber dann hab ich's gemacht und dann können wir drüber reden und am Ende ist es eine gute Geschichte oder eine Erfahrung und ich bin weiter. Genau und es ist scheißegal, wenn Sachen schlecht sind. Voll. Es ist dieses Bergsteig-Ding. Außer eine Privatinsolvenz, das ist immer blöd. Genau, sowas wäre schlecht, aber so das Bergsteig-Ding, Alter, es ist mir scheißegal und es ist den Zuschauern auch scheißegal. Es fängt an, dann wichtig zu werden, wenn man das selber nicht mehr verarbeitet bekommt im Kopf und denkt, dass die Leute einem das nachtragen. Richtig. Aber wenn du danach die Woche ein Video machst und es einfach nicht mehr anspricht, weil es für dich kein Thema mehr ist, weil du denkst, fuck, ich hab's falsch gemacht, aber jetzt mach ich's besser, dann ist es im nächsten Video weg. Ja, wie sagte noch eins der wunderbare Minecraft-Expert.de zu mir, den besten Satz, den ich jemals über YouTube gehört habe, Hass vergeht, Klicks bleiben. Oh, stark. Bis heute, hängt sogar im Studio 71 Büro. Ah, echt? Ja, hab ich damals auch immer gesagt, war immer so, ach, der hat wieder Beef mit dem und hab ich immer gesagt, Hass vergeht, Klicks bleiben. Geil. Das ist der klügste Satz, den ich jemals zu YouTube gehört habe, auch über diese ganze Shitshow-Communities, der hat wieder Beef mit dem, der muss wieder gegen den fronten, da ist lang kein Content mehr gekommen, auf einmal kommt. Hier, Content Cop, Germany, bam, 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 so, hat auch immer was Gutes mit sich, ne, dass man Leute für ihren Shit, den sie machen, outcallen, da bin ich voll für, so, aber, ne, da geht's halt bei manchen, äh, sicherlich nicht bei allen, aber bei vielen auch einfach nur darum, so, ja, ich mach jetzt, äh, Geld mit Hass, so. Ja, genau. Hass vergeht halt, Klicks bleiben, funktioniert aber auch bei, ich hab mal einen Fehler gemacht, ist einfach so, die Leute hassen dich, die Klicks bleiben aber halt auf dem Video und nach, äh, zwei, drei Tagen ist das halt weg, so. Das ist, das kannst du wirklich totschweigen. Sich zu einer Sache nicht zu äußern für eine Woche, mach diese Sache nicht dich im Internet. Ja. Das ist ein Lebjahr, was dann rumgeht in einer Woche, wenn du da einfach sagst, oh, ich mach jetzt Urlaub, wir haben grad übelst die Shitshow, ich mein das gar nicht böse, ich erklär's kurz und danach bin ich mal eine Woche weg, dann pendelt sich das selber wieder ein. Das ist irre. Genau. Muss ich sagen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und vielleicht ein ehrliches Aufarbeiten von der Negativität. Auch wichtig. Genau. Weil das... Ehrlich und reflektieren ist so wichtig dann bei so einem. Weil, wenn du ehrlich sagst, ey, ich hab übelst Scheiße gebaut, dann funktioniert das. Wenn du dann aber so ein Video machst, wo du so Tränen in den Augen und so... Kennst du dieses, äh, VidCon-Kind, was in diesem Rahmen drin war? Ah ja, YouTube, äh. Mein next YouTube-Apology. Ja. Es war so ein kleines Kind auf der amerikanischen, ja, absolut keine Gamescom, aber auf einer YouTuber-Messe. Ja, ja. Und der hat sich verkleidet in so einem viereggigen Pappkarton mit einer YouTube-Seite und er hat seinen Kopf dann nur durchgesteckt und war in einem YouTube-Video auf der YouTube-Seite und das Video hieß My Apology. Und dann hat er sich die ganze Zeit immer bei Leuten entschieden, war in einem David-Huprik-Vlog auch. Und, ähm... Dann haben wir gesagt, sorry that I did that. Und dann hat er immer so eine Träne da. YouTube-Apology-Speedrun. Gibt's auch. Oder so eine Wasserflasche und nimmt so... Und dann geht's ab. Genau, sowas wäre vielleicht ganz gut zu vermeiden. Ja, definitiv. Also wenn man's schon ehrlich... Also wenn man's versteht vor allem, ne? Also das ist, glaube ich, immer das A und O. So, jetzt Finale. Bist du bereit dafür? Ja. Du hast eine Sache, die haben wir angerissen, die fand ich so interessant und dadurch, dass wir beide YouTuber sind, aber beide das komplett anders machen, würde es mich voll interessieren. Ich hab, du warst mit Nova ja auch im Urlaub. Ja. Hab ich gesehen, mit ihr hab ich schon intensiv drüber gesprochen. Sie ist ja eine Newcomer, Newcomerin. Äh, du bist nicht mehr ein Newcomer, aber du bist jetzt der, der... Auch kein Oldcomer. Auch kein Oldcomer, genau. Äh, das wären die Leute in der Küche. Äh, nein. Das war, das war schwierig, jetzt tut mir leid, ich möchte mich wieder entschuldigen. Ähm, und ja, ja, es war wirklich ein anderes Drama, ich möchte auch niemanden angreifen, war einfach ein dummer Witz. Ähm, ich mach jetzt erstmal ein Apology-Video, kannst du mal kurz... Es tut mir voll leid. Äh, wie, wie sind, äh, wie sind deine Tipps, Tricks vielleicht auch, die du rausgeben möchtest und Ratschläge für Leute, die nochmal in Social Media anfangen möchten oder weiterkommen möchten? Reaktions-Content kreieren, war eins davon. Äh, ja. Gibt's noch irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das sind bei mir so essentielle Sachen geworden oder so ein gutes Toolkit, woran man sich orientieren kann, wie man, äh, nicht jetzt den Erfolg kriegt mit drei Schritten, aber irgendwas, was voll hilfreich war, was du über die Zeit gelernt hast? Boah, Alter, ich hab angefangen, mir Equipment der Hölle zu kaufen. Hm, braucht man nicht. Und es ist so dumm, das zu sagen, wenn man Equipment hat, weil dann hat man alle Möglichkeiten, aber es macht keinen Unterschied. Ich könnte meine kompletten Videos mit einem iPhone drehen und es würde den Klicks und der Aufmerksamkeit keinen Abriss tun. Richtig. Und das wird von vielen so als Hürde gesehen. Zum Beispiel Ansgar, der mit mir auf dieser Paris-Reise war, ähm, hat geschrieben, hey, ich hätte eigentlich gerne den Hype, der nach dem Video da war, genutzt, aber ich hatte keine Kamera. Aber hat halt ein iPhone, ein iPhone 10 mit Vorder- und Rückkamera und iMovie drauf. Das ist alles, was du brauchst. Und Punkt zwei, Content is King. Nach wie vor so eine geile Idee plus geile Umsetzung überwiegt Kameraqualität und keine Ahnung was. Definitiv. Und Reaction-Content produzieren. Das finde ich so interessant. Dieses Reaction-Content produzieren habe ich noch nie gehört. Das macht aber total Sinn, weil ich immer, wenn ich eine Reaction anfange im Livestream, suche ich mir schon Videos vorher raus, also während der Stream anläuft. Und ich gehe meistens so in den ersten drei Kanälen, die ich durchgucke, bist immer du, weil ich halt weiß, es ist acht, neun, zehn Minuten lang, damit du Midrolls setzen kannst. Ja, so das Übliche. Geld muss man ja auch, Haus zahlt sich nicht von alleine, neun, elfer zahlt sich nicht von alleine. Und dann ist es immer bei dir sehr, sehr locker. Ich gucke aber auch dann, habe ich gestern zum Beispiel gemacht, da habe ich reactet, habe ich auf dich reactet und auf Pete's Meat. Okay. Und Pete's Meat kocht ist das Einzige, was ich immer reacte. Und die Dinger dauern halt manchmal fünf Leute, fünf verschiedene Kameraperspektiven, kochten alle ein Gericht, was sehr komplex ist, locker über 20 Minuten eigentlich immer. Und dann ist es wirklich manchmal immer so, dass ich mir denke, so, boah, heute Pete's Meat kocht, 19 Minuten, so, ich weiß halt, dass es auf meinem Reaction-Kanal vollzieht, dass das Einzige Koch-Format, nicht mal Max-Videos funktionieren so gut wie Pete's Meat-Koch-Reactions. Und ich mache es jetzt ja nicht nur für einen Zweitkanal, sondern weil ich die Pete's, also wirklich ernsthaft liebe, aus vollem Herzen. Weil das sind so die ehrlichsten YouTuber, die es gibt. Das ist nicht gelogen, das ist nach 15 Minuten, gibt es einen Cut im Video damals, das sind so, das sind die Prototypen-Influencer und die sind es geblieben und haben sich nur entwickelt trotzdem. Und auch in eine Richtung entwickelt, die Sinn macht bei denen so. Das ist nicht so, wenn man so und so, sondern nein, wir holen uns jemanden dazu und der plant mit uns so Quiz-Content. Wir machen Kochi-Kochi irgendwie einmal die Woche, aber wir können es eigentlich nicht so. Und aber auf einem komplett bösen Level, also die Live-Shows, wie die programmiert sind. Es gibt so viel Zeug, was die so unfassbar gut machen, gepaart mit der Quantität, es kommt ja wirklich Content bis zum Umfallen bei denen. Nicht mehr so schlimm wie damals, damals waren ja 20 Videos am Tag, jetzt machen sie drei. Genau, aber es sind halt drei Videos am Tag. Mit fünf Leuten, die produzieren. Wenn du Bock hast, dann guckst du anderthalb Stunden Pete's Meat-Content am Tag, geschnitten, produziert. Und wir reden nur über Hauptkanal, wir haben fünf Kanäle. Genau, dann kommt Pete React, frag Pete's Meat, Pete's Meat TV, Livestream, guckst bei Twitch mal noch rein, dann ist Sepp gerade live, keine Ahnung was. Die sind den ganzen Tag live, immer gefühlt, ja. Und auf Kreta, weil lag ich am Pool und hab Pete's Meat Videos geguckt, da haben so Leute zu mir gesagt, du bist der Letzte, bei dem ich gedacht hätte, dass du Pete's Meat feierst. Macht übel Sinn, du bist doch 22, du bist ja mit denen aufgewachsen, die Prototypen-Influencer sind. Genau, aber auf der anderen Seite habe ich in meinem richtig coolen Jordan-Breite-Hosen-Freundeskreis zwei oder drei andere Leute, die auch komplett darauf abgehen und seit Jahren die Videos gucken. Naja. Liebt die auch, ja. Liebe an Pete's Meat, aber ja, Reaction-Content produzieren ist der Way. Und einer reagiert drauf und alle reagieren drauf. Das ist true, ja. Ja, weil wenn Unger reagiert, dann sieht am nächsten Tag, siehst du, viele Leute machen sich nicht die Mühe, Videos selber rauszusuchen, weil es eben redaktionelle Arbeit ist. Also guckst du, wo reagieren die Leute drauf, die sich Mühe machen beim Raussuchen. Ja, also. Reagiert einer, reagieren alle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir auch Mühe gebe, ich habe beim Reagieren immer so einen Maßstab, glaube ich immer. Das wäre auch immer der Maßstab, den ich Leuten mitgeben würde, vielleicht auch als Tipps und Tricks, wenn man irgendwie über solche Sachen dann nachdenkt. Ich reagiere halt nur auf Sachen oder Videos von Freunden von mir. Dadurch, dass ich mit allen irgendwie befreundet bin oder die zumindest gut kenne, weil Freundschaft ist ja nochmal ein bisschen was anderes, weil bin ich mir halt immer sicher so, ich habe die Nummer, ich kenne die, ich habe mal persönlich was mit denen gemacht und dann bin ich immer so safe bet. Nicht, weil ich die Angst hätte, dass mich irgendjemand strikt oder so ein Quatsch, aber ich habe immer Angst, wenn ich Leute nicht kenne, das habe ich wirklich ganz, ganz, ganz selten nur gemacht, dass ich mich dann so verlaufe. Weil ich bin mir schon durchaus bewusst bei einem Reaction-Kanal, dass ich schon eigentlich eher die anderen die Arbeit machen lasse und nur kurz mache. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, da fühle ich mich nur wohl mit, wenn ich das bei meinen Freunden mache oder bei so einer Meme-Compilation ist mir das auch egal. Aber so bei dir so ein Video zu gucken, bei Max, bei Revi manchmal ein Vlog, bei Felix oder so, auch mal irgendwie über Reisen, Großprojekte, über irgendein Auto, was mich interessiert oder so. Obwohl ich nie ein Automensch war, finde ich, macht Felix das dennoch übel gut. Sind das halt so die Sachen, wo ich dann sage, okay, das ist mein Wohlfühl-Content. Und deswegen ist bei mir Stream dann auch immer so entspannt, weil ich dann immer so den gleichen palutschen Ansatz habe, so ich muss mich hier nirgendwo einmischen. Ich mache hier meinen Spaß und ich habe hier eine gute Zeit. Und wenn ihr mit mir diskutieren wollt, dann können wir das gerne privat machen, aber auf gar keinen Fall wird das in einem Livestream und oder Video und oder sonst irgendwo stattfinden. Not happening. Habt ihr aber auch schon mal, muss ich auch zugeben, Tage gehabt, wo ich mir dachte so, boah, okay, die Leute, die was gemacht haben, interessiert mich gerade alles nicht so. Und dann habe ich auch schon mal den Team Paluten-Kanal aufgemacht und war so, was sind die letzten sechs Sachen, auf die du denn reacted hast, Bro. Weil wir haben ja immer noch eine ähnliche Community, also das läuft ja anscheinend gut, okay, let's go. Klar. Und genau das ist der Grund, warum es so viel Sinn macht. Das ist so ein Wasserfall-Effekt, ne? Genau. Einer fängt an und dann klack, 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 klack. Und dann wird es immer kleiner, ja. Das passiert einmal und Leute gucken mehr als ein Reaction-Video. Das ist faktisch so. Super merkwürdig auch, dass sich das so durchgesetzt hat, dass du dir nochmal das Video anguckst, nur um eine Person, die dich interessiert, dir dabei zuzugucken, wie die darauf reagiert. Ja. Habe ich immer bei Musikvideos, die ich geil finde oder bei Mucke, die ich geil finde, dass ich mir dann Reactions angucke von Leuten, um dann zu gucken, ob die die gleichen Stellen geil finden, die ich geil finde. Ja, genau. Und so ist es bei den anderen auch. Und dann kommt wieder dieses Content-is-King-Ding rein, weil dann muss das Video sitzen, dann muss es unterhaltsam sein, damit Leute sagen, boah, sick, ich freue mich auf das nächste Video. Und dann ist der Drops gelutscht, glaube ich. Und würdest du noch sagen, so ein bisschen auch an den Leuten... Durchhaltevermögen noch. Durchhaltevermögen, das A und O. Ja, dieses einfach so, das war wieder scheiße, jeder Sommer ist shit, jeder Sommer ist das größte Shithole, dann sind auf einmal wieder 50% deiner Zuschauer weg. Und jetzt anfangen, wenn ihr wollt, wenn es Richtung Winter geht. Jetzt anfangen, heute. Das ist true, das ist true. Würdest du sagen, eher YouTube anfangen oder Twitch? Twitch. Kommt drauf an, wie sehr du Lust hast zu arbeiten. Also wenn du wirklich Lust hast, dich abzufacken jeden Tag, dann YouTube oder beides. Wenn du eher Lust hast zu chillen und du denkst, ey, ich kann eigentlich ziemlich gut reden, ich bin so ein witziger Typ oder witziges Mädel, was auch immer, dann Twitch. Wenn du eher so bist wie ich, der jetzt nicht so mega unterhaltsam ist, aber bereit ist, über Grenzen zu gehen, dann vielleicht eher YouTube. Keine Ahnung, da muss man echt gucken. Oder auch einfach mal ausprobieren, weil man muss immer noch dazu sagen, das zu machen, also zu streamen oder auch ein Video zu machen, ist ja per se, oder ein Video hochzuladen, die Services sind ja immer noch kostenlos. Genau. Was sehr, sehr praktisch ist, nur ich weiß, die Hürde, einen PC zu haben, wo man vernünftig mit streamen kann, ist sehr groß und die Hürde auch eine Kamera vielleicht dann oder irgendwie so, es muss direkt ein Felix von der Laden Vlog sein. Die ist dann auch bei manchen Leuten, die haben wie so eine Blockade einfach nur, weil sie das kennen. Ich finde, den besten Workaround um das, und das geht ja auch überhaupt nicht gegen Felix, aber nur, man will dann direkt bei den größten Mitspiel mäßig und hat halt diesen Hunger und weiß halt so, okay, da stehen aber 10.000 Euro zwischen, bis ich in so eine Qualitätsschiene komme. Und vielleicht habe ich ja sogar die Ideen. Und ich finde, den besten Workaround dazu hat immer noch Kevin, also Papaplatte irgendwie erfunden, weil Kevin das so entmythisiert, diese Felix Vlogs, weil er immer irgendwie diese Gags drin hat, dass er irgendwie so rumläuft und dann so, ey, Digga, jetzt erstmal Felix von der Laden Musik anmachen. Und ich finde immer so, okay, Kevin hat das schon, der macht das schön immer, ne, der ist so super im Hype und super erfolgreich und greift Felix damit nicht mehr an, aber es ist so schön dieses so, geht auch anders. Es ist alles entspannt, Leute, es ist alles gut, wenn man immer noch diese Passion oder diesen Typ dahinter hat, der halt dann funktioniert oder dieses Konzept, was dann halt funktioniert. Genau, und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, dass es gut zusammenfasst. Kevin ist halt witzig, Kevins Stream hat gute Quali, aber nicht seit immer. Deutsches Fauderpoppen, sag ich immer. Ja, aber es geht halt darum, was passiert und nicht darum, wie es außenrum aussieht. Sein Zimmer ist halt nicht aufgeräumt, er ist halt Kevin. Er ist halt Kevin, so, und ihr könntet auch Kevin sein, wenn ihr es halt einfach machen würdet. Das stimmt tatsächlich, einfach machen würdet. Genau. Orientierst du dich noch an amerikanischen YouTubern oder sowas, was viele Leute machen? Ja, klar. Darf man fragen, wen hast du da? Ja, ja. Eric vom Schnittstil, ein neuer, ganz frischer Typ, der irgendwie über Logan Paul, so über Umwege hochgekommen ist, der ist einfach am Grinden und das Grinden mag ich. Nico Omilana, was Projekte und Projektgröße angeht, aus UK, absoluter Überboss. Und MKBHD, wenn ich mich an guter Quali und gutem Sound erfreuen will. Ja, MKBHD, die haben ganz spannende Sachen. Kein Linus? Nein. Linus dann wieder zu trashy. Ja, mein Vater ist bei Linus dabei und guckt sich Serverstrukturen. Ach so, okay, ich dachte gerade, der ist bei dir. Ach so, nee, nee, nee. Auf einmal ist der so in Kanada und baut da so Sachen mit so. Mein Vater ist Linus Tech-Tipp. Nein, mein Vater baut aber so Hackintoshs in seiner Freizeit und so. Ach krass. Ja, ist glaube ich auch so ein bisschen eigene Welt. Aber ja, MKBHD, da komme ich zum Beispiel nie rein, weil ich dieses Ästhetische, das ist mir zu ästhetisch. Das schaffe ich nicht. Ich komme da nicht durch. Ich habe so ein 5K-Display und mit diesen Kopfhörern gucke ich mir das an und erfreue mich einfach so daran und denke so, ja, someday. Ich habe mir ganz viel auch in Vorbereitung auf das nächste Projekt, was wir angehen werden, raumtechnisch, also wirklich alles, was du an Studio-Tour, Headquarter-Tours und whatever finden wirst, im Internet angeguckt. Und da war auch die MKBHD-Tour, für die Leute, die es nicht wissen, einer der größten Technik-YouTuber, Marcus Brownlee, der Welt. Hat, glaube ich, 14, 15 Millionen Abonnenten. Ist nicht schlimm, wenn ihr noch nicht davon gehört habt, ist wirklich ein sehr eigener Bereich. Machen tolle Videos, hat immer diese Konkurrenz mit Linus, glaube ich, am Laufen, der ansonsten der größte Technik-Kanal ist, glaube ich, gerade auch wieder. Die switchen immer so ein bisschen, je nachdem, wer das Elon Musk-Interview bekommen hat, ist der andere dann größer, das ist sehr lustig. Und ich finde dieses Studio grässlich, was die haben. Absoluter Horror. Ich finde es perfekt. Da ist ja nichts drin, das ist einfach nur eine hohe Halle. Ja, und alles auf Rollen. Alles ist auf Rollen. Ja. Und man merkt halt wirklich, dass da nur Männer arbeiten. So, es ist wirklich halt der kahlste, liebloseste Kack-Arbeitsplatz der Welt. Es ist einfach eine riesige Halle. Aber die haben einen Roboter. Ja, aber die haben halt eine Million Euro teuren Roboterarm für Kamerafahrt. Ja, genau. So, du merkst richtig so, das sind einfach so Anfang 20 jährige Dirtz, die so eine liegende Acht auf dem Konto haben und die sich alles kaufen können. Und was es tatsächlich ist, sind einfach nur so weiße Tischoberfläche mit schwarzen Gestellen. Alles ist auf Rollen, damit es flexibel ist. Alles ist irgendwie so Apple-Mac-ig angehaucht. Und es ist so super clean und total wenig Zeug. Und irgendwie immer wieder das Gleiche. Hier sind unsere acht Reds, die alle genau gleich bestückt sind. Die liegen einfach im Schrank. Und dann einfach so ganz viele Räume, die nicht benutzt werden. Das ist halt wirklich so, jeder braucht nur einen kleinen Tisch. Wenn wir das und das drehen wollen würden, dann wäre das der Raum. Okay, nice, let's go. Viel Spaß. Bisschen unangenehm. Nee, muss ich sagen, hat mich wenig abgeholt. Also ich brauche eher so, ich bin ja sowieso eher so rustikal, Stahl, Holz, Stein. Uga Uga. Ja, das muss irgendwie immer stattfinden. Ich brauche das so ein bisschen. Und dann noch irgendwie so, wie bei Tamay, der macht im Sommer immer Hemd auf. Dann sieht man immer ganz viele Brusthaare. Dann bin ich einfach da, dann bin ich so abgeholt. Das ist extrem geil. Miguel auch, Alter. Ich habe ja nur so Pierce Brosnan, Alter, hier. Dann lege ich denen immer so eine Tarantula, lege ich denen immer auf die Brust und dann weiß man nicht, ist es eine Brise oder ist es die Spinne, die sich bewegt. Oh ja, stark. Und wir arbeiten immer nackt. Ja, schön, dass du da warst, Dave. Nee, also das ist tatsächlich was. Weil bei mir ist es so ein bisschen, muss ich sagen, tatsächlich durchs Kochen hat das aufgehört. Ich hatte beim Gaming immer die üblichen Verdächtigen, so Jacksepticeye, Markiplier, PewDiePie, da habe ich immer reingeguckt. Habe auch viel, weil ich immer diese Indie-Games gezockt habe, viel bei Markiplier und PewDiePie rausgezogen. Wenig bei Jacksepticeye. Weil der wirklich eher sich im Vordergrund hat und dann das Spiel ist jetzt bei Markiplier finde ich nicht immer so der Fall. Der ist halt einfach ein guter Erzähler und bei PewDiePie ist es halt immer so gemischt. Manchmal lässt er das Spiel machen und macht halt ... So und es wird einfach nur krank zusammengeschnitten. Und manchmal ist es halt umgekehrt. Manchmal ist er schon der Leidtragende von diesen Videos. Aber so beim Kochen oder so, weiß ich halt, bei Max ist es halt voll krass. Der ist voll in dieser Ami-Kochszene mit drin und ich kenne die alle und ich finde mich da nirgendwo wieder. Das ist auch gut. Jein! Also ich finde immer, es geht nicht um Klauen, aber es geht da um dieses Grundgefühl immer, finde ich, in der Szene, die ja sehr stark immer amerikanisiert ist, egal was man auch in Deutschland an Content macht. Es kommt meistens immer irgendwie gefühlt wie im Fernsehen aus Amerika. Ist halt immer noch leider so und bei Gaming konnte ich mich dann immer so ein bisschen wiederfinden. Was gerade aktuell, was machen die Leute, wo geht das alles hin? Und beim Kochen, da merke ich, da catcht mich wenig. Also wenig, um da dran zu bleiben, weil ich mir nur ein einfaches Joshua Wiseman, ich koche jetzt das geilste Grills Cheese Sandwich, gucke ich mir einmal an, fertig. Ich finde die Ästhetik toll, auch gut. Ganz viele andere Sachen, Max hat auch letztens die 100-Stunden-Lasagne gemacht, von dem Kollegen habe ich auch schon mal die 24-Stunden-Chicken-Wings da gemacht, irgendwie die Honey-Chicken-Wings so. Also man merkt, Max und ich, wir sind da in den gleichen Gefilden unterwegs, aber das dann auch eher so dieses, ich verstehe das, aber diese Szene ist einfach so undurchsichtig und so löchrig, dass es halt keinen klaren Vorreiter gibt. Also gerade was YouTube-Content angeht, es ist irgendwie sehr, sehr in ihre eigenen Schichten irgendwie so aufgebaut und da muss ich immer noch sagen, es ist bei mir so ein Prozess. Vielleicht irgendwie auch noch was, wo ich hinfinden muss. Ich glaube auch mit dem Umzug wird sich da nochmal einiges tun, kochmäßig bei mir auf meinem Kanal, weil ich auch merke, ich flüchte immer wieder weiter weg von Kochen momentan, nur zu fressen, weil das gerade besser läuft, als wenn ich selber koche. Und weil es geiler ist. Und weil es echt geil ist, ja. Aber wie wir von Crispy Rob wissen, nur reinfressen macht irgendwie auch nicht glücklich und ist irgendwie auch krank ungesund, ne? Ja. Einfach Döner, Döner fressen und sonst was. Hast du schon Botch bei Babish gesehen? Die neue Serie von... Ich kann mir zum Beispiel auch die Babish-Sachen nicht gut angucken. Ja, Botch bei Babish ist sehr lustig. Was ist das denn? Das ist viel mehr auf Entertainment ausgerichtet. Sehr spannend. Also schaust dir mal an, es ist gar nicht so leicht, kurz zusammenzufassen, aber... Ist auch auf seinem YouTube-Kanal. Auf seinem YouTube-Kanal, genau. Schaust dir mal an, Botch bei Babish, das ist sehr witzig. Binging with Babish übrigens ist der Kanal, falls ihr den nicht kennt. Auch einer der größten Kochkanäle. Das Ding ist, ich kann dir da überhaupt nicht weiterhelfen. Ich bin komplett raus, was Koch-Content angeht. Ich gucke nichts. I get it, I get it. Also normalerweise wäre das halt immer was gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn wir über Tipps und Tricks und irgendwie so ein Starting reden, ist es immer halt auch gut, sich anzugucken, was machen meine deutschen Freunde hier irgendwie. Was machen aber auch die Leute über den Grenzen? Und auch nicht nur vielleicht sich auf Amerika zu beschränken. Was ich oft schon gemacht habe, ist auch viel in Frankreich und Spanien einfach mal rumzusurfen und mal zu gucken, weil wenn man da mit einem anfängt, geht man eigentlich in den Recommendations eigentlich immer ganz gut, kann man sich in so ein anderes Land reinklicken und schnell irgendwie über eine Grenze hüppeln. Aber selbst da, ich finde es immer noch schwierig, also in der Kochszene zumindest. Ich finde es ganz spannend, was in Deutschland gemacht wird, aber ich glaube, wir sind auch noch sehr weit entfernt von dem Endpunkt, von dem was abgeht. Ich glaube, Max nähert sich da schon ganz gut an, glaube ich. Wir müssen irgendwann jetzt Anfang des Jahres mal wieder Grund erneuern, also ist mal wieder Renovierungszeit angedacht. Wir haben jetzt ja noch den Foodtruck, wir haben damit noch die Tour, das werden auch die letzten Videos des Jahres. Ihr habt auf jeden Fall, glaube ich, noch Unmengen an Kram da, man muss nur einmal wieder aufräumen und das Trade kommen. Einmal richtig, einmal das richtig machen. So, mein Lieber, mein Gutsch da, mein Lieber. Warst du das? Jetzt werden wir nochmal einen Tornado entzünden. Ich habe hier zwei Coronas mitgebracht. Habe ich nicht, nee. Sehr gut. Auf gar keinen Fall, gar keinen Bock. Ich muss noch fahren. Muss noch fahren, noch ein Mitarbeiter von der Rede abwerben. Nee, innerstädtisch, einfach mit dem Autofahren, so strecken, die man auch mit dem Fahrrad fahren könnte oder laufen. Aber du fährst ja einen Tesla. Ja, stimmt. Deswegen ist es völlig egal. Das ist doch vollkommen Wumpe, sagt man. Mein Liebster, Dave, ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ich gönne dir und wünsche dir jeglichen Erfolg, der noch auf dich zuschwappt. Ich hoffe, du wirst nie in so ein ekelhaftes Loch fallen. Und wenn es ein Loch ist, nur ein ganz kleines. Weil das tut nämlich ansonsten weh und das würde ich dir nicht gönnen. Ansonsten werde ich dich auch anschreien, wie sich das gehört im Freundeskreis, dass man sagt, mach mal, mach mal, mach mal Wusa. Aber ansonsten wünsche ich dir jeden Erfolg, der noch auf dich zukommt. Ich wünsche dir vor allem Preise, weil die hättest du auch mal langsam verdient für das, was du machst, für das, was du ablieferst. Und noch einen schönen Tag. Das, was man so sagt. Danke. Das kann ich nur zurückgeben. Es war ein inneres Blumenpflücken und an Preise habe ich noch gar nicht gedacht. Aber stimmt, das wäre geil. Auf dem Klo. Nicht auf Reactions arbeiten, sondern auf Preise hin arbeiten. Stark. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wirklich. Danke, Tamay. Die Regie war 1A. Top Ding. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja. Aha. Ja. Der Podcast ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like doch rein. Lass ein Abo da und dann ist es over. Ja. Seid ihr da? Turnover. Bis zum nächsten Mal.